Hereinspaziert. Oh-oh! Wir reisen durch die Schweiz zu fünf traumhaften Wohnobjekten, zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich vorher noch nie gesehen haben. Das Einzige, was sie voneinander wissen, ist der Vorname, das Alter und der Beruf. Und in jedem Zuhause haben die Kandidaten die Chance, sich besser kennenzulernen. Hast du wieder mal aufstehen? Ich weiss nicht. Und nach Hinweise zu den möglichen Bewohnern zu suchen. Oh! Oh! Oh, die passt aber TikTok. Einen hilfreichen Tipp kann man sich mit dem Gewinn vom Joker ergattern. Hier ist der Joker. Bitteschön. Wer findet raus, wer wo wohnt? Ja! Ja! Das ist schon der erste spezielle Moment dieser Sendung, nämlich der Augenblick, was ich tief rauf zum allerersten Mal sehe. Und da kommen Sie! Zu unserem Treffpunkt in Trömerstadt ist Viviane angereist. Ich bin sehr gespannt auf das Abenteuer und bin neugierig auf die Leute, die ich kennenlernen werde. Aglaia traut sich heute etwas Neues. Ich muss heute ganz viel ausserhalb meiner Komfortzone machen. Ich darf nicht zu viel von mir Preise geben, aber auch nicht einfach ganz still sein. Und das alles vor laufender Kamera. Peter kommt gut vorbereitet. Meine Strategie ist, dass ich mir sehr stark gemerkt habe, wer ich bin, welche Person ich bin in diesem Tag. Und ich lebe jetzt diesen Tag in dieser Welt dieser Person. Die Christin ist ein bisschen nervös. Am meisten Dank macht man, dass ich nicht weiss, wann ich sagen soll oder wie ich mich ausdrücken soll. Aber sonst, ja, und was Ungewisse. Wir wissen ja gar nicht, was heute auf uns alles zukommt. Und auch die Wencke will heute herausfinden, wer wo wohnt. Also ich freue mich am allermeisten auf die Objekte natürlich. Ich bin sehr neugierig und bin ganz gespannt. Und natürlich auf die Kandidaten. Hallo, Mitrand. Hallo, hallo. Herzlich willkommen, Schau drüber. Erster Eindruck von diesem Team. Einmal, oder? Ja, ein bisschen... Ein bisschen einseitig verteilt. Nein, nein, nein. Komm jetzt. Ich werde mich durchschlagen. Gut, das glaube ich auch. Ich mache mir keine Sorgen um niemanden von diesen fünf. Und es lohnt sich nicht nur, euch anzuschauen, sondern wir stehen hier auf einer unglaublichen Bühne, eine Art Theaterbühne, Augusta Raurica. Wäre von euch eine gute Schauspielerin oder ein guter Schauspieler? Pokerface, wenn ihr so durch die Wohnungen geht? Schwierig. Schwierig, ja. Seid ihr ein Offenungsbuch? Ja, wir werden es sehen. Am besten legen wir los mit der Vorstellungsrunde. Was ihr mitbekommen, ist der Vorname, der Beruf und das Alter. Was ihr noch nicht wisst, ist, dass ihr in der alphabetischen Reihenfolge dasteht. Darum geht es los. Links aussen mit A wie Aglaia. Herzlich willkommen. Sie ist 57 und sie ist Pflegefachfrau. Aglaia. Wenn etwas wäre, könntest du bei uns schauen, dass wir wieder fit werden, oder? Ja, super. Wir sind gut nach Hause. Schön, dass du dabei bist. Bei Aglaia habe ich das Gefühl, sie hat mit Kunst zu tun. Und auch in der Wohnungseinrichtung eher wenig ist mehr. Also nicht mit Schnickschnack oder ... Ja, denken wir, das ist ihr Typ. Und wir gehen weiter im Alphabet von A nach C. Und neben dir steht C wie ... ... Christine. Jawohl. 56. Und Christine hat mal im Detailhandel gearbeitet, aber jetzt machst du etwas anderes. Jetzt bin ich 50 % Sachbearbeiterin in einem Büro. Und nebenbei bin ich noch sehr kreativ unterwegs. Und ich habe noch vierbeinige Freunde, die auch noch viel Arbeit und Aufwand brauchen. Oh! Bei Christine denke ich, sie wohnt vielleicht in einem Art Bauernhof oder hat eine Wohnung in einem älteren Haus. Ich sehe sie überhaupt nicht in einem modernen Haus. Aber das kann täuschen, oder? Wir kommen zum einzigen Mann in der Runde. Und der trägt den Namen P wie Peter. Wir springen also schon ein wenig im Alphabet. 53. Und von Beruf ist er nicht P, sondern B. Berater. Was beratest du denn? Ich habe viel mit Leuten zu tun. Mit allerlei Sorten. Viele lustige Leute. Aber meistens sehr gute Leute. Gute Leute? Ja. Das heisst, könnte ich zu dir noch eine Beratung machen? Also ich war bei dir ja ziemlich brav. Ehrlich? Noch mal darüber reden vielleicht. Da muss ich nach der Sendung mal darüber reden. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was für eine Beratung du schlussendlich hast. Dass ich noch Bedarf habe. Gut. Okay. Ich bin offen für vieles. Also der Peter wirkt auf mich straight. Humorvoll. Und ach, das ist bei Männern immer so schwierig, wie sie wohnen. Keine Ahnung. Lass mich überraschen. Und wir sind im Alphabet schon beim V angekommen. V wie Viviane. Genau. 73. Herzlich willkommen, Viviane. Danke, Sven. Hoi zusammen. Hoi. Du arbeitest auch noch, oder? Ja, also ich meine jetzt mit meinem Alter. Ein bisschen schon. Ein bisschen? Was heißt ein bisschen? Ich arbeite noch als Sekretärin, etwa die Teilzeit. Und eigentlich bin ich das Moneypenny im Büro, sage ich jetzt mal. Miss Moneypenny. Ja, genau. Ei, ei, ei. Da sind wir gespannt. Bei Viviane finde ich es noch etwas schwierig, zu sagen, wie sie wohnt. Es kommt auf den Einfluss darauf an, ob sie einen Mann hat oder ob sie alleine wohnt. Und es fehlt uns nur noch jemand. Und im Alphabet sind wir ja schon beim V angekommen, also gehen wir zum W. Und jetzt dürft ihr selber gerade raten, wer ist denn echt das vom Namen her? Was für einen Namen würdet ihr mit W? Also ich type auf Waldburga. Ja, Waldburga fände ich noch richtig cool. Würde ich nehmen. Waldtraut? Nein, auch nicht. Auch nicht. Also so mit W für eine Frau ist noch schwierig. Ich weiss, es ist schwierig, gell? Deswegen haben sie sich das ausgedacht. Ja, wir sind noch nicht auf einen richtigen Namen gekommen. Am besten sagt das W gerade selber, wie es heisst. Also ich heisse Wenke. Wenke? Genau. Noch nie gehört. Du hast ja keinen Schweizer Namen, also wo bist du auf die Welt gekommen? In Berlin, aber der Name ist norwegisch. Das kannst du? Nein. Und wie lange bist du in der Schweiz? 30 Jahre. Und Wenke, das kann ich auch noch sagen, sie ist 55 und von Beruf, Achtung, Konditorin. Super. Wenke ist sicher eine sehr selbstbewusste Frau. Wenn ich da bin, bin ich da und es hält mich nicht so schnell etwas um. Also, es geht uns gut. In diesem Fall verhungern werden wir nicht. Für die Pflege ist gesorgt, für gute Stimmung auch. Also was wollen wir mehr? Unser Fünferteam ist komplett. Und wo unsere Reise in die Schweiz startet, schauen wir jetzt. Wir starten unsere Reise in Rheinfelden im Kanton Argo. Rheinfelden gehört zur Agglomeration von Basel. Und kennen tut man Rheinfelden unter anderem wegen dem Schloss. Das Feldschloss ist die führende Brauerei und die größten Tränkehändler in der Schweiz. Rheinfelden liegt, wie es der Name verratet, direkt am Rhein. Der Fluss trennt die Schweiz von Deutschland. Und die alte Rheibrücke ist ein Weg, um auf die andere Seite zu kommen. Sie führt über die sog. Insel. Von da aus hat man eine schöne Aussicht auf die autofreie Altstadt von Rheinfelden. Und hier spürt man immer noch den Charme des Mittelalters. Viele kleine Läden, Restaurants und Cafés laden zum Flanieren ein. Und wenn man die gepflasterte Gasse entlangläuft, kommt man irgendwann zu unserem ersten Objekt. Willkommen vor unserem ersten Zuhause. Und damit ihr noch mehr Spass habt, das anzuschauen, es gibt ja etwas zu gewinnen. Es gibt für die Person, die am meisten die richtige Zuordnungen macht, die gewinnt. Und zwar einen Aufenthalt in einem von den Responsible Hotels of Switzerland. Das sind die nachhaltigen Hotels der Schweiz. Da habe ich den Gutschein im Wert von je 1'000 Fr. Also es lohnt sich. Super. Jetzt seid ihr ganz kribbeln. Den Gutschein gibt es aber erst am Schluss. Was es jetzt gibt, ist ein Schlüssel. Und zwar für das erste Objekt. Wir sind hier in Rheinfelden. Und ihr dürft schon mal ein Auge voll nehmen. In diesem schönen alten Haus. Und dort gibt es einen Altbauwohnen. Wer möchte also das erste Zuhause aufschliessen? Ich. Vivian, also gut. Dann alle Vivian nachher. Gute Besichtigung. Endlich mal gleich los. Du kannst gehen und gehen. So, sind wir halt da. Okay. SOS ist das. SOS ist das. Oder SOS? Ich sehe SOS. SOS? Ja. Was? Das habe ich jetzt nicht. SOS und SOS. Aha. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das ist Südfrankreich. Raffael, zum Beispiel der Strand, sagt mir etwas. Ja. Ja, für mich ist es eher Italien. Das ist für mich gerade ein Flashberg. Da war ich schon mal eine Freundin besuchen. Ich bin tot sicher. Ich möchte nicht an diesem Strand liegen, wenn ich das sagen darf. Bitte nicht so einladen. Ich bin tot. 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 Und da sitzt ein ganzes Lieblingshäschen. Ich bin tot. Als Gegensatz zu diesen vielleicht etwas schrägen Rossbildern. Reicht sie? Sollen wir mal ein bisschen dahinter schauen? Ja, mach mal. Dass es da weitergeht. Boah. Das Schlafzimmer. Die Farben passen gut zusammen. Und so wirkt das Schlafzimmer harmonisch. Mit der Kunst an der Wand ist es ein gemütlicher Raum. Das Bett scheint bequem zu sein. Ja, ist es auch. Aber ... Ein bisschen klein. Das ist weich, du. Hä? Ah. Wäre echt hier drin wohnen. Ja, eine Person, was meinst du? Das Bett ist wunderbar bequem. Eine weiche Matratze. Ich liebe eine weiche Matratze. Ein Bild eines Metzgers. Aber es könnte auch, dass man einen Kaiserschnitt macht, wenn man kommt, nicht? Ja, dann könnte das nicht. Muss nicht unbedingt ... Ja, stimmt. Das kann auch mit Leben zu tun haben. Es könnte etwas Pflegendes sein. Ja, ja. Dann ist es auch etwas gut. Die Person, die da in Ihnen wohnt, könnte für mich in die Pflege gehören, dass sie etwas verarztet hat. Und das Bild war ja aus Holz. Also noch sehr speziell. Vielleicht hat sie es auch selber gemalt, oder er. Das ist wie ein Leser-Eggen, Peter. Darfst du gerne lesen? Ja. Darfst du gerne lesen? Welches ist denn draus? Ja, verschiedenstes. Verschiedenstes. Was der Tag verbringt. Ja. Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich habe ein aufenthalts Zimmer. Ich habe ein Schlafzimmer. Oder fast ... Ein Lesenzimmer. Ein Lesenzimmer, wie ein Stäubli. Ja. Eine bunte Mischung. Ja. In diesem Gestell ist eine riesen Bandbreite von Büchern. Von Kunst, Geschichte bis Rumän. Würde mich sehr reizen, da mal drinnen umzuschneiden. Und hier links noch mal ganz andere Gegensätze. Wieder für Bilder. Jawohl. Oha. Darf ich das filmen? Hahaha. Für Zwergkanein. Meerschwein und Nagor. Grüne Moppen. Knabbergebäck. Ja, ist ja lustig. Eine moderne Geschichte. Jawohl. Das unterste Bild tut mir ziemlich proraktiv. Eine lustige Verbindung von dieser Frau auf dem Bild mit den Meersuellen-Futtern. Da hat es jetzt so Knabbergebäck für den Haas. Es hat ein Hasenstofftierchen. Ja, da häselt es. Du hast doch bei der Begrössung von deinen vierbeinigen Freunden gesagt. Meinst du, ja. Vielleicht bist du so etwas in die Richtung, die deinen vierbeinigen Freunden hilft? Ja. Also, hört dir eh noch zu, dass du deinen vierbeinigen Freunden hilfst. Ja. Wer weiss. Weiter geht's im Wohnzimmer der Altbauwohnung. Ein herziges altes Wohnzimmer. Ein schönes Wohnzimmer. Sehr schön. Ein Künstlerzimmer. Mit dem Engelchen. Also, dem Engelchen fehlt ein Fuss. Ja, ja gut. Das ist ein verletzter Engel. Vielleicht schon einen Tag älter. Vielleicht. Was sind das dort? Geissen? Nein, Schäfchen. Ich glaube, es sind Schafe. Bei Geissen hätten wir auch noch. Auf jeden Fall hat es auffallend viele Tiere, finde ich. Stimmt, eine Katze. Und da, was ist das? Ein Mann mit einer Katze? Oder mit einem Küngel. Also, ich würde sagen, es ist eine Katze. Ist es? Ja, also ... Ein bisschen spitzig. Ein bisschen spitziger nachher. Und da bleibe ich gerade. Also, es hat mir gedacht, wie sie sich so geniesslich und vertraut in den Ladersessel gesetzt hat. Hier bleibe ich. Ja. Den ganzen Tag? Nein, nein, Quatsch. Nein, nein, Quatsch. Nein. Ich finde den Sessel super bequem. Ich weiss nicht, ob ich ihn mir kaufen würde. Er ist jetzt nicht ganz so meins vom Stil. Aber er ist okay. Wie war das noch? Einer hat doch gesagt, sie hat vier vielbeinige Freunde. Ja, gut, da hat es ein paar. Da hat es ja einige. Katze, Schäfchen, Ross. Ja, stimmt. Ich habe einige Freunde, ja. Ich beobachte jetzt gerade in diesem Raum, dass es eine Katzentüre hat. Das habe ich gesehen. Es muss eine Katze haben. Es ist einfach, du kannst gerade einschlafen. Weisst du, so richtig entspannend ist es da. Also, du fühlst dich da ziemlich daheim und wo? Ja, total. Ich schlafe jetzt gerade einschlafen. Für die Christin und Peter geht die Besichtigung an einem stillen Ort weiter. Oha. Oha. Du schlafen. Ui, ui. Wegen dem Raum alles löst. Oha, schau mal an. Swiss. Schlitten. Bob. Bob, ja. Bob-Schlitten. Du kennst ihn, oder? Ja, ja, ja. Du warst auch schon? Nein, gefahren noch nie. Ja, das ist ein vierer Bob. Ja, ja, ja. Ja, jetzt haben wir die Eisbahn abgesausen. Ja. Vielleicht hat die Person etwas zu tun mit so. Oder war es auch schon Bob-Schlitten fahren? Vielleicht ist das eine Erinnerung an die Kindheit. Ich könnte mir vorstellen, ich habe ihn aufgelupft, dass er noch einen Schuss bekommt, wenn man den Schnee absausen hat. Aber es ist doch gut gelöst, sehr gut gelöst. Schlecht gehalten. Ja. Ja, praktisch, wenn nötig. Ja, aber mit der Dusche, gell? Alles, was man braucht. Ja, genau. Ja, schön. Und was entdecken auch Viviane, Tagleia und Wencke in der Zwischenzeit im Wohnzimmer? Oh, ein Ärger. Wunderbar. Also hier wäre ich ja viel lieber eine Bank, muss ich sagen, wenn ich hier zu Hause wäre. Ja, mit den zwei Wachhunden, wieder mit vier Beinen. Die schauen schön aus, dann schön, gell? Unsere Stühle, das sind ja wirklich viele. Ja. Verschiedene. Aber so viel, so ein grosser Tisch, so viele Stühle. Zwei, vier, sechs, acht, für zehn Leute. Ja. Und doch in einem kleinen ... In einem kleinen Raum eigentlich, aber der ist nicht sehr breit, gell? Ja, gut, aber zehn Leute. Aber vielleicht jemand, der gerne viele Gäste hat. Ja. Egal, wie gross es ist. Eben, der gerne kocht, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl. Also, von wegen Kochen, schau mal hinter dir, weil es geht dort nämlich ... Ah, die Küche! Also, für das, dass es so ein altes Häuschen ist, aber es ist ein bisschen ein alter Grauf, finde ich, auch von den Möbeln, ist das doch sehr modern. Ja, sehr modern, ja. Ja, das stimmt. Also, sicher noch nicht Alkohol. Das ist toll. Und auch wieder tierische ... Ja. ... Vehikel. Tieres Geweih, ja? Ja, das würde ich sagen. Ja. Und ein Haufen Gin, Schnaps, 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 Höhlenhund. Also, irgendjemand, der es gerne ein bisschen schräg hat, mit dem Rost, dort am Anfang. Ja, finde ich, ist das ein Witz ein bisschen für die Küche. Ja, ja, ja. Wir kochen. Mit einer Flinte. Mit einer Flinte. Aber es passt doch zu dem Geweih. Vielleicht ist die Dame ja Jägerin, die sich mit vielen Beinern beschäftigt. Weil Jäger sind ja eigentlich auch Tierliebhaber oft. Die Schrottflinte fand ich etwas verdächtig in der Küche. Und obendurch hat es noch Strohhüte, gerade drei Stück. Was ist der Zusammenhang? Entweder gerade die Person Safari oder die Sonne. Und was sind Strohhüte? Ich weiss nicht. Und wer ist auf dem Bild dort? Tanja, hast du ja irgendwo mal gesehen. Als Miss Monet Penny könnte ich sagen, das ist ein Bösewicht, der mal in einem James-Bond-Film gespielt hat. Ich glaube fast, das ist Klaus Krinsky. Also ich finde alles ein bisschen düsterlich und ein bisschen gefürchtig. Ah ja? Ja. Also die Flinte und der Blick hier, ui. Aber immerhin trocknet das Salbei. Das verjagt, vertreibt böse Geister. Sicher? Dass man mit Salbei Geister vertreibt, ist mir gar nicht so bewusst. Vielleicht hängt das auch einfach da zum Trocknen. Doch. Also ich habe es da innen düsterlich gesehen. Ja, düsterlich. Wenn man da raus kann. Ja, genau. Vielleicht ein Fluchtweg ins Licht. Ja, genau. Oh, eine schöne Pergola, lauschig. Super Timing. Hallo. Hallo. Wir haben dich vermisst. Ja, ich auch. So, brauchen wir nur noch Peter und Christine? Ja, wir können. Ja, da sind sie. Ja, ja, ja. Schaut jetzt, ein lauschiges Plätzchen. Wo sind wir? Wo, der Weiz? Nehmen wir Platz. So, das erste Objekt können wir anschauen. Wie war es? Schön. Interessant. Ja. Spannend. Ja, ein bisschen verwirrend. Ja. Spannend und verwirrend für dich? Ich finde so eine Villa Kunta bunt, sehr bunt, also von den Farben und so. Auch ein bisschen unheimlich. Interessant, spannend, unheimlich und schön. Das ist mal eine kurze Zusammenfassung, wie das erste Objekt euch eingefahren ist. Ja, das Tolle ist, ich habe ja in jedem Objekt einen Joker. Einen zusätzlichen Hinweis zu der Person, die hier zu Hause ist. Der kann nützlich sein, der kann manchmal auch ein bisschen verwirren. Aber auf jeden Fall habe ich etwas Zelt da drin. Und wer am nächsten dran ist, bekommt den Hinweis, was denkt ihr? Was habe ich das Zelt? Bilder. Mhm. Ich habe das Gefühl, du hast eine Ginflasche, ein Zelt auf der Küche. Nicht getrunken, so ein Zelt. Also ich glaube auch die Bilder. Bilder? Bilder scheinen ein bisschen zelzah da drin. Alles tolle Möglichkeiten, aber ich habe mich auf etwas ganz anderes konzentriert. Ich glaube, ihr wart alle mal im Bad, oder? Ja. Ja. Gut. Dort drin steht ein kleiner Bob, so ein Schweizer Bob, wenn ihr sonst Bob-Bunster abgeht. Und dieser Bob ist schön bemalt, hat ein paar Punkte. Wie viele Punkte hat dieser Schweizer Bob, was denkt ihr? Also ich bin grundsätzlich krotteschlecht im Schätzen. Und von Punkten habe ich keine Ahnung, ich weiss, Köpfe, die dort drin gesessen sind, das sind acht. Acht Punkte. Köpfe. Also nicht Köpfe musst du zählen. Pünkt brauche ich auf dem Bob. Ja gut, der Kopf ist auch ein Punkt. Gut. Bei dir sind Köpfe Punkte, dann nehmen wir acht. Peter? 45 Punkte. Haben wir notiert. 24. 24. 24. Vivian, was bietest du in Sachen Punkte? 35. 35 für Vivian. Und Wenke, wie viele Punkte hat dieser Bob? 61. Also acht sind definitiv zu wenig, 61 sind aber schon drüber aus, übers Ziel geschossen. Richte Antwort. Der Schweizer Bob hat ganz genau 59 Punkte und mit 61 am nächsten Wenke. Ja, 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 ja. Wow. Mit dem Wenke-Dance. Genau. Du darfst noch mal ins Haus etwas anschauen. Wenke Wenke. Mit so viel Freude geht sie gleich an den Joker. Ich kann ihn anschauen. Aha. Ja, oh Gott, was ist denn das? Bambusstöcke. Also für Pflanzen, oder ... Das könnte auch ... Ja, vielleicht sind es ganz grosse Trommelschläger. Das könnte etwas sein, um Musik zu machen. Ähm, zu massieren. Ah, Massage. Das könnte natürlich sein. Vielleicht für Tiere. Ähm, oder die Pflegefachkraft hat noch eine spezielle Ausbildung gemacht. Ja. Also ich bin froh, dass ich mehr weiss als die anderen. Ja. Oh, die Wege. Da ist sie wieder. Und bist du schlüssig geworden? Ja, nicht wirklich. Nein. 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 Oder darfst du blöden? Also es ist schon ungewöhnlich. Also es würde auf ... Es könnte auf die Aglaia zutreffen. Ich könnte mir vorstellen, dass man es für eine Massage braucht. Also als Pflegefachkraft. Hm. Oder für Tiere. Ich finde es wirklich, äh, ja. Ja. Also ich glaube, die Wencke hat ein Zäsirmesser gewesen. Ein Werkzeug zum ... Man kann nicht gerade sagen Schlachten. Aber um ein Tier ... ... einen Küngel auftun. Ja. Ist es so etwas, das man in die Hand nehmen kann? Damit kann man etwas machen? Ja. Sie hat irgendein Gerät gesehen, das man für diverse Sachen brauchen kann. Irgendein Stäbchen, ein Steckchen, irgendein ... ... etwas. Aus Metall? Ich finde, ich habe jetzt schon viel gesagt. Oh ja. Ich finde das sehr nett mit euch. Das nützt noch ziemlich nichts. Gut, ich glaube, mehr bringen wir im Moment aus der Wencke nicht raus. Und nicht traurig sein. Es gibt ja noch vier Chancen auf einen Joker. Also dann können alle noch zuschlagen, wenn ihr gut tippt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Es wartet das nächste Objekt auf uns. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's. Gehen wir gleich durch den Garten, oder? Ja. Jawohl. Sollen wir uns auf den Weg? Wer könnte denn in dieser Altbauwohnung in Rheinfelden zu Hause sein? Jagt Aglaia hier das Nachtalbe gerade selber? Betreibt die Christin nebenbei auch noch eine Hasenzucht? Ist Peter ein ehemaliger Popfahrer? Hat Miss Moneypenny Vivian uns absichtlich Klaus Kinski als James-Bond-Bösewicht verkaufen? Oder was weiss, die Wencke doch noch mehr über einen Joker? Von Rheinfelden aus geht unsere Reise weiter ins Zürich-Oberland nach Wolfhausen. Das Dorf gehört zu der Gemeinde Bubiken. Rund um Wolfhausen gibt es sanfte Hügel, perfekt für die Landwirtschaft. Noch heute hat es hier im Dorf viele Bauern. Das Ritterhaus Bubiken ist über 800 Jahre alt und die besterhaltende Niederlassung eines Johanniter-Orden in ganz Europa. Von da aus hat der Ritter-Orden früher seine Besitztümer verwaltet. Mitten in dieser schönen Natur liegt der Egelsee. Das Bad am Egelsee ist ein Moorbad im Naturschutzgebiet von Wolfhausen und ganz in der Nähe ist unser zweites Objekt, die Betonwohnung. Willkommen bei unserem zweiten Zuhause. Wir sind in Wolfhausen, Kanton Zürich. Wir stehen vor einem Mehrfamilienhaus. Ihr könnt noch ein Auge voll nehmen. Hier ist es. Ihr könnt euch anschauen und schon mal herausfinden. Zoberst, zunderst oder in der Mitte? Zoberst. Zoberst? Ja, Zoberst. Alle wollen Zoberst. Das habe ich auch gesagt. Aber es ist nicht das oberste. Ihr könnt zwar hochkehren, aber es kommt dann ganz runter. Es ist nämlich die Gartenwohnung. Ah! Das ist jetzt! Dafür hat es einen Garten? Ja. Die Betonwohnung hat einen Schlüssel. Wer möchte öffnen? Ich. Du darfst. Nein, du darfst. Ja, jetzt müsst ihr noch. Danke. Peter, du. Also gut. Dann alle den Peter nachher. Gehen wir gleich. Viel Spass. Danke. Ja. Ja. Von dieser Tür sieht es für mich sehr lieblich aus. Der schöne Spruch auf dieser Glastöre. Und diese Dekosache auf der Seite. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh. Das sieht aber nach Profi-Kuchen aus. Danke schön. Super Küche. Super ausgestattet. Ein Haufen coole Pfanne. Das ist ein Profi dahinter. Wie sagt man dem Grill? Ist das ein Tipagnacchi? Oder weisst du das so? Oder ist das nicht eine versteckte Fritteuse? Meinst du? Versteckte Fritteuse? Das sieht schon aus einem Einbaugrille aus. Das würde grillen, denke ich mir. Und was hat sich da drunter? Oh. Ah, das ist ein Wokpfanne. Darf ich das mal hochheben? So. Oh, ja süß. Also da kocht jemand gerne, oder? Also der Wok, denke ich, ist praktisch für asiatische Küche. Für, ja, ich weiss nicht genau, was man sonst noch dort drin machen kann. Es kann auch sein, dass Peter eine Frau hat, die Kochkurse gibt. Und, mir gefallen die Gewürze da. Oh, da. Eine riesige Auswahl. Aber das ist schon orientalisch da. Chili, Kurkuma. Alles gemischt. Und da ist auch die Teekultur. Schau mal da. All diese Teebeutel. Ich spüre ein bisschen die Freude am Handwerk. Sehr. Und am sehr praktischen. Die Sachen sind wirklich sehr praktisch angeschrieben. Klebt man drauf, zack, zack. Ja, da kann man etwas lernen für zu Hause, gell? Das ist gut beschriftet. Für einen, der einfach eine normale Küche macht, hat es dort viel zu viel Gewürze. Das ist wie eine Demo ... Also, jemand, der vorkocht oder einfach Kürze gibt, zum asiatisch lernen zu kochen. Und ich mache das auch gerne? Alles? Ich glaube, das sind Konfi-Gläschen hier oben. Und so wie es aussieht, alles dasselbe gemacht? Sirup, sehe ich. Pilze. Und diese kleinen Töpfchen, braucht man für Patissier? Kann man auf jeden Fall. Logisch. Da sehe ich so kleine Praline. Ja. Und so drin. Könnte man, aber eigentlich gibt es das auch für Sausen, sowohl als auch süß und salzig. Oder Apero. Oder Apero. Genau. Also, die Küche würde ich schon nehmen. Ja, die finde ich ziemlich gut. Oh, eine Skulptur. Die ist ja ungewöhnlich. Oh, ja. Kein Beton. Kein Beton, ja. Kein Beton. Hey, dass der Peter da so drauf schlägt. Das ist noch mutig in einer fremden Wohnung. Wenn sie fremd ist. Aha. Sehr seltsame Kunst. Da hast du deine Familienbilder dahinter. Ah, dahinter. Versteckt. Ach so, ich habe erst gedacht, das ist die Kunst. Ah, ja, klar. Vielleicht ist es auch. Ja gut, das könnte jetzt auch sein. Ist noch schwierig. Okay. Ja, sieht auch so schön aus. Ich finde auch. Sehr. Können wir noch etwas draufmalen? Auch hier ein Badzimmer. Ja. Grosse Dusche, Erdusche. Passt zum Stil. Oh, sehr. In der ganzen Wohnung. Beton. Und dann noch diese orientalischen Ornamente. Schöne Ornamente. Ja. Aufkleppen, ein Blättchen. Oh, Kärtchen. Was steht hier? Ich will. Ich will mehr. Was will man mehr? Aha, das sind so Wortspiele. Okay. Grosse Dusche. Nein, die Dusche. Ich will gerne duschen. Nein. Okay. Ist das jetzt verräterisch? Au. Dust mir gerne. Ja. Ich dusche lieber, weil ich im Bad einschlafe. Und dann bin ich immer so halbleibig, wenn ich rauskomme. Und nach dem Duschen bin ich frisch und munter. Also, ich bade gerne. Du badest. Passest du dich? Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke schon. Ich denke schon. Ah, gut. Ich gucke, hier steht schon wieder was. Und noch schön zum Lässe dort. Was ist das Tapferste, was du je gesagt hast? Ja, da macht sich jemand schon Gedanken beim Baden. Aber ich hätte gern warmes Wasser. Mir ist ein bisschen kalt. Ehrlich gesagt. Ja, es ist in der kalten Wanne. Da hätt ich nur die entbassende Badesalz. Genau. Ja. Kneipp, Entspannung. Was magst du? Ich finde, das sollte eine beheizbare Wanne sein. Ich finde es jetzt nicht so gemütlich. Ehrlich gesagt. Oh Gott, da sind ja Rosen drauf. Guck mal hier. Rosen draufgeklebt. Wie schön. Und da habe ich die Bilder recht dicht gestellt. Ja. Kunst, viel Kunst. Genau. Gehen wir weiter? Ja. Jetzt wollen wir die Garage sehen. Schlafzimmer. Schön. Boah. Ein Schlafzimmer. Im Schlafzimmer hat es neben dem eher kühlen Beton auch sanfte Farben. So wird das Zimmer gemütlich und wohnlich. Ein ganz herzliches Schlafzimmer. Sehr beruhigend. Gefahren. Ja. Für gute Träume. Ja. Oder für Albträume. Ich müsste da nicht drunter schlafen. Nicht? Nein, das würde mich nervös machen. Was magst du jetzt? Ah, das hier? Die Federer. Aglaia hat recht. Das wäre für mich auch nichts. Es ist nicht etwas so entspannt. Es macht dich eher etwas nervös, wenn du das immer siehst. Ein bisschen esoterisch. Ja. Ein bisschen. Ja, nicht zum Eis. Nicht? Nein. Ich hätte jetzt innen gedacht, das sei deine Richtung. Ja, so Pflegefachfrau. Nein, da kann ich leider nicht innen. Nein? Und schau mal, das Buch. David Garrett. Wer? Da spielt jemand Giga. David Garrett. Ah, das ist der, der ... Giga spielt, oder? Giga spielt, ja. Ja. Hi, und das Bett? Ja. Wie heute Morgen? Wunderbar. Christin. Was? Dein Kleid und die Bettwisch. Ja. Hast du nicht daran gedacht, ihn anders anzulegen? Nein. Ja, ja. Das ist gerade etwas auffällig. Ja, ja. Aber bequem, schau mal. Ja. Aber lieg mal an. Also da von heute. Dann verschwinde ich. Ah, herrlich, herrlich. Also, ist das dein Bett? Also, die Christin mit ihrem Kleid im gleichen floralen Muster ist in diesem Bett versunken. Ja, ja. Schau mal. Kann passieren? Ja. Schau mal, da hat es einen Rahmen ohne nichts drin. Da kannst du dich einfach etwas vorstellen. Hm? Vielleicht. Vielleicht. Ist das ein Gag? Oder einfach ... Ist das ein Speziell? Ich glaube, Visalie hat es auch noch so eines. Der hat auch nichts drin. Ah, nochmal, ja. Vielleicht hat sie es rausgenommen, er oder sie. Klein, aber fein. Schau mal diese Dinge an, du. Liesch da drauf. Haha. Muss bequem sein. Das passt wieder zum Asiatischen. Oh, das ist vielleicht Fuss. Weisst du, du kannst vielleicht draufstehen und ein wenig ... Oder auf der Runde auch mal probieren. Haha, fuck you. Haha, fuck you. Das ist vielleicht, wenn es esoterisch wird unter dem Traumfänger, dass man sich da wieder ein wenig spürt. Genau. Du sagst es, ja. Mei, schau mal diese Matte an. Das ist ... Und was ist das? Also, ich will nicht da drauf liegen. Also, das sticht. Wie verrückt. Ja. Ich sehe hier David Garrett wieder. Wieder. Also, du vielleicht etwas geigenst. Hier auch. Hier auch. Ein Heftchen. Ah ja, hier auch. Ja. Also, was hat es sonst für Bücher? Also, in diesem Büchengestell sehe ich ziemlich viele Bücher über Fussmassage. Und da kommt mir jetzt gerade ein wenig die Wencke in die Sinne. Weil sie eben so sehr gelenkig ist, sprunghaft. Sie kommt viel. Ja, ich sehe sie einfach als Therapeutin. Eine Schreibmaschine auf einem Esstisch. Viele Stühle. Okay. Verschiedenste Stühle. Ja. Eigentlich wie vorher. Möchtlicher Tisch. Ja. Nur älter. Schöne Stühle. Genau. Mit der sind wir doch auch gross geworden. Nicht mehr zwei. Im weitesten Sinne ja. Kann man sagen. Ja und überall wer wohnt wo. Die Redentafeln wird auch gebraucht, so wie sie aussieht. Ja, vielleicht ist es doch so eine Kochschule. Kochschule? Jetzt schreiben wir das Rezept drauf. Hö. Schreib du doch was drauf. Es ist fast schade, wenn ich da drauf meule. Du kannst es ja ganz klein machen. Okay. Zu der Betonwohnung gehört auch die grosszügige Gartenoase. Ganz schön viele Tische. Ein wilder Garten. Ja. Aber schön. Stimmt. Die ist wie verrückt. Genau. Viele Pflanzen. Viele Gewürze. Schauen wir doch hinten. Es ist aber noch eine lustige Maschine. Die gehen wir noch anschauen. Ah. Das hat also echt... Was ist denn das? Eine Kükenlebahn. Die würde ich ja echt gerne ausprobieren. Wie funktionieren die? Was meinst du? Irgendan hat es noch irgendeinen Motor drin, den man sich laufen lassen kann. Aber ich glaube, wir lassen sich Ruhe nicht, dass wir noch nicht beschliessen. Ich würde das so gerne ausprobieren, aber der Peter will nicht. Schade. Vielleicht weiss er nämlich, wie es geht und will sich nicht verraten. Die Kükenlebahn gefällt mir wirklich. Mich faszinieren die Bewegungen, die Mechanik und verschiedenste Materialien zusammen geklötert zu irgendwas. Wow, schön. Oh. Wow. Kannst du Klavier spielen? Hä? Was sind das für Noten? Hm. Und die Küken? Vielleicht. Hast du vorher schon etwas von David Garrett gesagt? Ja, habe ich. Also ja, bitte. Ja, ja. Soll ich hier etwas? Wir hören. Oh ja. Schön wäre es. Schau mal, das ist jetzt kein Küken. Ja, nein. Aber ich bin gespannt. Ja. Nein. 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 Aber du machst dich gut. Also du tust doch jetzt extra so drauf. Ja, ja. Mensch. Ja. Ja. Ich habe schon das Gefühl. Ich habe schon das Gefühl. Ja. Ich glaube, sie kann es viel besser, als dass sie gezeigt hat. Wir hören. Wir hören. Wir hören. Ah ja, da wird dann ganz wehmütig, gell? Ah. Ja, das ist wie eine Katze gesehen. Wie mehr. Aber es ist ja auch eine Altegigen. Es sieht so aus. Ja. Es ist ein schönes Stück. Also, ja. Also, wer uns gerne engagieren möchte, kann uns jederzeit anrufen. Wir kommen vorbei in eure Stuben und machen jetzt Konzert für euch. Und weisst du, wenn es so der Schaukelstuhl, der hier in der Stube ist, vielleicht auch einige Kinder unterrichtet? Der Peter, Berater, Musikberater. Und das Wien könnte ja noch viel lernen von ihm. Aha. Ja. Ich weiss nicht, ob das Wien... Genau. Es tut nicht, dass Wien sinnen. Ja. Ja, vielleicht. Aber Instrument weiss ich nicht, ob er irgendetwas... Vielleicht. Auf jeden Fall gibt es hier ab und zu Konzerte, gell? Ja. Die Leute sitzen da. Ist das auch das Beste? Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach auf eine Sitzbank zuhören. Ja, bequem. Die Sitzbank ist ideal platziert. Man sieht es in die Küche, man sieht es zum Tisch, man sieht es zum Klavier. Und sie hat einfach die Poolposition. Ist das auch so bequem heute Morgen? Ja, ist auch so bequem. Ja, ist auch so bequem. Gerne, ja. Gell? Ja. Ja, das brauchen wir. Und Wenke und Peter. Wo immer... Ah, schaut doch, wo kommt ihr aus dem Schlafzimmer? Eieiei. Eieiei. Das tun wir alles bis zum Glück. Ich verzeihe. Und alles wissen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist mir gut. So, jetzt haben wir auch die Betonwohnung gesehen, das zweite Objekt. Wie war das? Spannend. Interessant. Ja, das sagt ihr immer. Spannend, interessant. Also, verwirrend für mich. Hier gibt es noch den Conjoker, eine Schätzfrage. Wer wäre froh um einen zusätzlichen Einweis? Ich. Also, dir schon und ihr beiden nicht. Soll ich nur eine kleine Frage stellen? Jawohl. Du weißt schon. Du weißt schon. Ich nehme gerne. Nein. So, der Joker ist ganz in der Nähe. Und zwar hinter euch. Ihr dürft nicht mehr her schauen. Oh. Dort ist nämlich die Wandtafelle. Und für Wandtafelle zu beschriften, braucht es Kreiden. Wie viele Kreidenstücke und Stückchen gibt es denn in dieser Rinne? Wer am nächsten dran ist, bekommt den Tipp. Peter. Wow. Jetzt habe ich mich auf dem falschen Bein verwischt. Ich würde sagen 29. 29 für dich ist notiert. Wenke für dich? 37. 37. Und wir gehen gleich zu Christine. Ich bleibe bei meiner Zahl 24. Du bleibst bei deinen 24. Das haben wir notiert. Aglaia, was machst du? Also in der ersten Schätzfrage habe ich 8 gesagt. Und ich bin massiv darunter gewesen. Darum verdoppeln und sage 16. Also behalten. 2 gibt 16. Doppelt so viel. Und Vivian? 35. 35. 35 für Vivian. Sehr gut. Dann gebe ich das jetzt ins Rechenzentrum und kann euch verkünden, dass mit 16 der tiefste Tipp ist. Mit 37 der höchste von Wenke. Und die Anzahl Kreiderstücke, die ich gezählt habe, sind total 53. Und der Jogger geht an Wenke! Alles Neues. Sehr gut. Grüße an die Nachbarn an dieser Stelle. Wir sind etwas läuter heute. Aber das dürfen wir noch sein. Ja toll, Wenke! Finde ich auch. Nächstes Mal sage ich das, was du gesagt hast. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ich finde es gut. Wenke, du darfst nochmal ins Schlafzimmer, denn dann gibt es einen zusätzlichen Tipp nur für dich. Danke. Aha. Ein Paddel. Ach herrje. Ah, das ist ein ... Was ist denn das? Also ich sehe ein Paddel, schwarz, relativ klein. Wahrscheinlich ist es eine Schweizer Mannschaft, die einen japanischen ... Nein, einen chinesischen Sport. Das ist doch ein chinesischer Drache. Einen chinesischen Sport ausübt. Also bei Sport fällt mir natürlich wieder der Peter ein. Der Peter könnte eine asiatische Partnerin haben. Der wird viel zusammenpassen. Und weil er gegen diese Skulptur getreten hat. Das ist schon noch krass. Aber gut, ist ja nichts passiert. Aha. Ja. Mhm. So Wenke, raus mit der Sprache. Nein. Wir wären doch mega froh. Jetzt nicht. Jetzt nicht? Warum? Ja. Währenddann? Gar nichts, nur ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Es hat genau zwei Sekunden gedauert, bis wir die Wenke hatten. Also erzähl. Sport. Ich würde sagen, es ist ein Sportgerät. Sport. 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 Sportgerät. Sportgerät. Fitnessgerät. Also etwas Grosses? Ja, das muss reichen. Männlich, weiblich? Ich sage nichts. Sport, oder? So. Sonst noch etwas? Nein. 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 Ein kurzer Sportgerät. Un einfach. Die Ausgangslab bleibt spannend. Ich hoffe, ihr seid zu Hause am Miträtseln. Wer könnte in diesen beiden ersten Wohnungen zu Hause sein? Habt ihr schon eine Idee? Auf jeden Fall haben diese fünf bis jetzt so getippt. In der Altbauwohnung tippt jemand auf die Christin, jemand auf den Peter und ganze drei Verdächtigen, die Wenke. In der Betonwohnung tippen zwei auf die Aglaia, zwei auf den Peter und jemand denkt, die Wenke könnte dort zu Hause sein. Was denkst du zu diesem Lied? Kennst du das etwa? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung? Aber das ist sicher gut. Das sind 70 Jahre. Wo ist denn du gerne Jazz? Ja, ja, da bin ich gerne. Also weisst du ... Hast du denn du gerne Musik? Und Klavier und so? Genau. Und Geigen. Vor allem Geigen. Und David Garrett. Du habe ich David Garrett gehört? Ja! Willst du hören? Schauen! Schauen! Nicht hören! Ich komme auf die Strasse, dir hören David Garrett. Los geht's! Oh, Herzschmerz! Du bist gerade verschrocken. Sven, du kennst nicht etwas Fetziges? Doch, er kann schneller Geigen spielen. Warte, schnell. Juhu! Juhu! Unser Nächste Halt heisst Kriesern im Kanton St.Gaue. Kriesern ist mitten im Rheintal und gehört zu der Gemeinde Oberried. Wie bei unserem ersten Halt in Rheinfelden ist der Rhein auch hier die Landesgrenze. Diesmal liegt auf der anderen Seite des Flusssaber Österreich genauer gesagt das Vorarlberg. Der Name Kriesern stammt vom Wort Gries, was grobkörnigen Sand oder Kies bedeutet. Kriesern ist also ein Ort, wo es viele Kies gibt. Und durch den Abbau von vielen Kies sind in den 50er-Jahren sogar zwei Seen entstanden. Und wer weiss, vielleicht boden hier ab und zu auch die Bewohner oder die Bewohnerin von unserem nächsten Objekt. So, dann sind wir angekommen. Endlich. Wir sind hier im Kanton St.Gaue. Der Ort heisst Kriesern. Und wir haben diesem Objekt einen speziellen Namen gegeben. Es ist nämlich das Haus mit Dürmchen. Ah. Warum es so heisst, das dürft ihr jetzt selber entdecken. Vielleicht findet ihr ja das Dürmchen. Und jemand darf wie immer den Schlüssel haben. Wer möchte aufmachen? Ich. Wenke und Kristine. Nein, sie darf. Also, Peter, du darfst das Lappen geben. Ich wüsste sie mit Kristine. Ja? Den von Kristine, dann wirst du aufmachen. Und ja, viel Spass beim Schauen. Das Haus mit Dürmchen für diese fünf Würmchen. Yeah! Haha! Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, wow. In der Küche hat es Holzelemente, die einen schönen Kontrast zum Marmorboden geben. Oh! Oh, was Süsses! Wie schön das ist. Ah! Meine Geschmacksrichtung. Kriesner-Grüsli. Ah, Kriesner-Bitrizo. So fein. Also, ja, das mache ich. Das probieren wir doch gerade. Also, das Schöckchen ist wunderbar. Mit so einer schaumig-luftigen, heller Schöckchen-Massen drin. Das ist super. Und, Fachfrau. Das ist auch hell. Du musst es erst ganz essen. Du musst es geniessen. Und das, schau mal, das ist mega. Das Bretter für Holz ... Äh, was, für Holz. Für Holz. Für Holzbrot. Nein, mega schön. Oder für ein Schachspiel. Meinst du, hast du Zeit für Kuchen? Wenn du essen, vielleicht noch Schachspielen. Also, ich könnte ein bisschen ... Wir müssen hier noch einigen, auf wie viele Fälle breit sind. Schlichte Abdeckung, schön. Ja, ich weiss nicht, ist das Stein oder ist das etwas synthetisch? Das ist ein Stein. Ich würde sagen, Stein als Kalf. Also, Schifo vielleicht, Schifo, die ein bisschen behandelt ist. Gehämmert. Was ist das? Eine Jukebox? Schöne Jukebox. Noble Variante. Eine Jukebox. Was hat das da für Lieder drauf? Kann man etwas ... Allerhand. Ja, schön. Eine Jukebox. Mega cool, also wirklich mega cool. Alles mit alten Lieder von den 50er und 60er Jahren. Also, 0, 2, 0, 0. Ja, super. Schaut das. Jetzt muss aber diese Menge das jetzt. Jetzt kommt die Auftritt. Ja, ja. Wir haben ja lange einstudiert, oder? Ja, 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 ja. Da liege keine, glaube ich. Auch ihr macht das super. Ich glaube, ich schaue vorhin her zu. Die Stimmung ist lustig, schlässig. Der einzig Peter, ich weiss nicht, was er mit seinen Beinen macht. Tipptopp, tipptopp. Super Stück, gefällt mir. Fällige Geschichte. Aber Tanzen ist jetzt definitiv nicht so mein Stil. Peter kann tanzen. Er wollte es uns noch nicht zeigen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht Berater, Tanzberater oder so ein Tanzstudio gibt. So, Aglaia, komm, es geht hier. Wir gehen. Jetzt gehen wir zwei hier. Wir schleichen ab. Dann haben wir drei. Die hier. Oh, das ist aber auch noch schön hier, oder? Rund ums Esszimmer hat das Fenster, das für viel natürliches Licht sorgen. Das ist ein Türmchen. Richtig. Das ist ein Türmchen. Richtig, das ist ein Türmchen. Aber vielleicht spielst du ja gerne. Du wirkst verspielt. Wirklich. Ich. Oder? Das sind deutsche Jasskarten für eine deutsche Berlinerin. Aber das ist doch französisch. Ist das? Ja. Also, das ist jetzt wirklich französisch. Das ist Schweizer. Eben, nichts deutsch. Also, I'm out. Okay. Die Aglaia hat versucht, mir das unterzujubeln, dass das mein Türmchen ist. Aber, wir werden sehen, ob das stimmt. Oh, ein Fröschen. Das ist ... Ah ja, ein Frosch. Ein Froschkönig. Für die Türmprozessin kann der Froschkönig ... Schau, dort hat er einen mit Kronen. Unglaublich. Das ist dann der verwandelte Prinz. Ah ja. Ob das verwandelte Prinze sind, sei dahingestellt. Dann müssten wir es an die Wand knallen, bevor wir das herausfinden und nicht küsse. Oh, ich sehe noch etwas. Elvis. Elvis. Da war jemand VIP-Gast in Hollywood. Okay, da gefällt mir David Garrett von vorher doch etwas besser. Ja. Ich fand ihn als Kind ganz furchtbar. Und mittlerweile finde ich so Jailhouse-Ruckus ganz gut. Er ist mir einfach zu schnulzig. Das ist jetzt leider so. Aber er greift vielleicht doch ein wenig an Sven. Vielleicht ist das ja etwas frech, aber Sven, seine Frisur, hat ein wenig Ähnlichkeiten mit Elvis, seiner Schmalz-Locke. Hey, vielleicht ist das so ein Amerika-Fan. Ja, schau mal hier hinter dich. Ah, oh ja. Das ist also auch sehr amerikanisch. Ja. Eine Danksäule im Wohnzimmer. Das kann natürlich auch eine Frau sein, aber man verbindet es doch mit Männern. Also dein Mann oder meiner? Hm. Wir werden es erfahren. Oder vielleicht der Peter? Das habe ich mir auch schon überlegt, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es auch ein Frauenpaar und die stehen auf Autos. Das kann ja sein. Auf Autos und Frösche. Und Wein. Aber da hat es also noch etwas Platz für die Zepfe. Der ist also dann noch lange nicht voll. Vielleicht wird der jede Woche gelehrt. Ja, vielleicht auch. Wow, schau mal. Das Bier ist super. Du bist ein ewiges Nummer. Ja, also der Handgriff war schon gut. Jawohl, siehst du. Christine zeigt einigermassen Verständnis, wie das Spiel funktioniert. Also sie kommt da draus. Darfst du? Ja, aber jetzt kannst du einfach glauben. Jetzt kannst du einfach eine Farbe wählen. Da rein. Nein, mit der weissen. Mit der weissen. Also wir haben auch schon gespielt. Mit der weissen, glaube ich. Ich glaube, Viviane, die hat noch nie einen Schlägel in der Hand gehabt. Du kannst keine Bratze. Du musst doch nicht so freihändig machen. Ja, das kommt nicht gut. Schiesst, warte nicht raus. Also ich glaube, dass wir gerade so Billi abspielen. Ja. Sollte, glaube ich, bekannt sein. Komm, Peter, die würdest du jetzt wohl hineinbringen. Also ich bin ja hier absolut kein Profi. Aber es sieht gut aus mit deinen Knötenchen hier. Ich hoffe nicht so. Ja. Wow. Okay, super. Oh, ein grosses Badezimmer. Sehr schön. Ja. Die Besichtigung geht im Oberen Stock weiter. Und auch so schön arrangiert wie im Hotel. Also da hat jemand gerne Türkis. Ja. Und so Meeresfarben. Stimmt. Meeresgrün. Ja. Ja, das ist schön. Und so eine tolle Wanne. Also das Bad wirkt auf mich jetzt sehr grosszügig. Die Handtücher sind farblich sortiert. Da gibt sich jemand wirklich Mühe. Und es ist eigentlich harmonisch. Und das ist eine Dusche, in der man sitzen kann. Das gibt es ja gar nicht. Guck mal, das mache ich jetzt aber. Also da kann man sitzen und sich duschen und dann noch abtrocknen nebenbei. Also quasi alles. Die Dusche ist auch super. Große Regendusche mit dieser Sitzbank. Und die deutet für mich darauf hin, dass dort jemand wohnt, der sich gerne zwischendurch hinsetzen möchte. oder dass es für das Alter vorgesehen hat. Im Erdgeschoss vom Haus mit Türmchen gibt es noch mehr zu entdecken. Oh super. Einmal hier für das Zimmer. Schön. Auch ganz. Was ist das? Ein Lassezimmer. Ein gemütliches Ruhezimmer. Jawohl. Lasse. Lasse. Hm? Ja. Specksteinhofen. Das ist immer toll. Das ist ein Schwedenofen. Für natürlich Gemütlichkeit. Ketten aus Feilen. Gegen kalte Füße. Christian sagt es ist ein Specksteinhofen. Viviane sagt es ist ein Schwedenofen. Ich sage, es ist ein Schwedenofen, das mit Speckstein bestückt ist. Aber ich bin ja eigentlich auch, ob du kein Ofenberater bist. Ich bin ja richtig bequem. Ich bin ja hierher. Dann kann ich da stehen. Ich schaue wieder einmal. Ja. Ohne liegt um Fernsehen. Viviane? Hast du eine Plätze für mich? Und dann kannst du am Tick-Tack zuhören. Weisst du, wie das ist? Wir hören auch. Ja. Die Standuhr hierin erinnert mich ein bisschen an das Meerchen, der Wolf und sein Geisslein. Und wenn ich jetzt so an das Türmchenhaus denke, passt das eigentlich richtig märchenhaft. Also passt gut hierin. Schau mal, der schöne Kasten. Was sehe ich da? Schnapsflaschen? Die gehen wir jetzt aber noch in die neue Beine. Willst du gleich probieren? Ja, komm jetzt. Nein, probiere es schon nicht. Aber du könntest uns jetzt auch einen verrieren. Ja. Schnaps muss nicht unbedingt nur zu einem Mann gehören. Es kann auch eine Frau sein. Zum Beispiel ... Auch Wenke. Von ihrer Herkunft her ist sie sich vielleicht gewohnt, ab und zu einen Schnaps zu trinken. Nimm mal Platz. Mal schauen, wie du da reinpasst. Ein Leserstuhl. Brauchst du noch wohl einen Text? Nein, gerade jetzt nicht. Aber ja. Wenn du nicht bleibst ... Schau mal, da können wir dich noch ein bisschen zuzudecken. Da geht es mir gut. Ah, hi. Und dann kommst du das Buch. Schau. Er hat sich genau den Stuhl ausgesucht, den er damals war, um das Buch zu lesen. Schau mal wieder. Hey, bitte. Gute Nacht. Der Opa zugedeckt. Gute Nacht. Und du hast doch schon ein Schlafbuch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein Damen-Fitness-Sensor. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Ort ist die Morde. Ja. Aber ich bin kräftig. Aha. Und ich habe das. Okay. Okay. Ja, sieht nicht schlecht aus. Für mich macht der Kraftraum den Anschein einer Folterkammer. Oh Gott, die sind definitiv von meinem Mann gewesen. Dass der das nicht einfach umschraubt. Ich bin recht neu mit so Gewichten. Ich habe das tatsächlich angefangen. Ich war aber noch nicht so erfolgreich, wie man sieht. Super. Wow, die Aglaia auf diesem Bello, die ist eine Granate. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Wow, hätte ich ihr so nicht zugetraut. Die ist richtig fit, dass Bello richtige Größe gehabt hat. Wobei, die Größe würde auch für die Vivian gehen. Mit rosa Wand. Ja. Damit es doch einen etwas femininen Touch hat. Ja, das verstehe ich. Hm, schön. Lustig. Mit dem Nussbaumboden und der Steinwand treffen wir im Schlafzimmer auf einem Materialmix. Ich gehe mal hier drauf. Ach komm. Das sieht aus wie ein Chalet. Die Wand. Das hat Platz für drei. Meine harte Matratze. Das ist ein grosses Bild. Ah ja. Nicht schlecht. Tipptopp. Das geht. Das Zimmer wirkt für mich jetzt ein bisschen in der Materialwahl zu kunterbunt. Die Steinwand hinter dem Bett ist nicht mein Ding. Hast du wieder mal aufstehen? Ich weiss nicht. Hä? Kann ich mir helfen? Kannst du zuerst ein wenig hier hinten hinschicken? Ja. Eine lustige Funktion hier hinten vielleicht. Ja. Da ist jetzt ein Stuhl im Eckli. Von Objekt zu Objekt fällt mir auf, dass die Zeitgelegenheit immer kleiner wäre. Zuerst hatten wir ein schönes Sofa, dann einen schönen Stuhl und jetzt nur noch einen Hocker. Dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Ich brauche nämlich definitiv einen Jokern. Komm, Peter, komm. Ja, ich raus mit dir. Also komm. Und weisst du was? Ich will mich mit dem Wesen sehen. Jawohl, wir gehen. Zum Haus mit Dürmchen gehört hier ein grosser Garten. Vogeltränke. Und dann noch die Voliere. Die Voliere, quasi das Vogelhäuschen für Menschen. Für romantische Abendstunden. Also der Garten ist riesig. Parkähnliche Atmosphäre. Mit einem gepflegten Rasen. Und diversen Ecken, Sitzgelegenheiten, Feuerstellen. Also sehr weitläufig. Wirklich wie in einem Park. Ich stelle mir so einen amerikanischen Garten vor. Dieser super gepflegte Golfrasen. Die amerikanische Flagge. Also es ist wirklich, als ob jemand entweder Amerikaner ist oder in Amerika gelebt hat und das hier importiert hat. Wir können auslesen, ob wir ins Dessin wollen oder auf Florida oder auf London. Also ich wäre für London. Also komm, gehen wir auf London. Oh, ich glaube die anderen sind in London. Oh, okay. Wir sind auch hier. Hallo. Hallo. Wir geniessen die Sonne oder ein Feuer machen? Wir geniessen die Sonne schon, aber eigentlich warten wir auf das Wein. Wir sind hier dringend die Joke. Hallo zusammen. Hallo. Nicht winken, hierher kommen. Oh, wie man sie kommen? Ah! Kommen wir drüber. Ah, in die gute Stube. Ich habe den Platz zwischendrin. Super. So, es ist wieder Joker-Zeit. Wer ist froh um einen zusätzlichen Einweis? Ja, sehr froh. Ja, ja. Gut, es hat ja im Esszimmer eine Art von grosse Voliere. Ein riesiger Vogelkäfig ohne Vögelli drin, aber mit ganz vielen Zepfen. Wie viele Kurkzapfen hat es denn dort drin? Erstens einmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese Zapfen gar nicht gesehen. Ich war zu fest am Tanzen. Ich habe es gar nicht geachtet. Wer am nächsten dran ist, bekommt der Hinweis. Wenke, du darfst anfangen, weil du bis jetzt so gut warst. Jawohl, okay. Warte mal schnell, wie viel könnte das sein? 157. Wenke, für dich 157. Christi? Einer darunter. 100. 165. Okay. Einer drüber. Ich bin jetzt auch etwas mutig. Ich habe gesagt, ich gehe einen über die Wencke, aber ich gehe jetzt auf 160. 160 für Peter. Vivian? 129. Vivian 129. Und Aglaia, jetzt bin ich gespannt. Unten rein, oben drüber, irgendwo mitten drin. 666. Ui, jetzt haben wir da. Wow. 666. Wie kommst du auf die Zahl? Weg 66. Route 66. Und noch 6 in der Form, weil das ein guter Jahrgang ist. Und weil das mehr als 100 irgendetwas sind. Also gut. So, jetzt ist es soweit. Der Joker wechselt die Hände. Und zwar haben die meisten relativ schlecht geschätzt. Aber jemand ist sehr, sehr nah dran. Richtige Antwort. Es hat dort innen 709 Zepfen. Und damit geht der Joker ab Aglaia. Aglaia? Aglaia! Sorry, ja. Bitteschön. Die anderen schauen ein bisschen an. In die Route 67. Ah, ich war so sicher, dass Vivian in diesem Objekt wohnt. Aber diese Turte passt für mich jetzt nicht zu Vivian, sondern zu Wenke. Okay. Und jetzt bin ich ganz verwirrt. Könnt ihr wieder zurückschauen? So, gut. So, und? Und? Zu der Wenke würde er passen. Sie haben. Sie haben. Ja. Ja. Flatsch. Ja. Also, ich glaube, die Aglaia will uns in die Irre führen. Sie sieht das als Spiel und hat sich schon vorher überlegt, dass sie sagt, das passt zu mir. Es hat mit mir wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Und wenn doch, dann wäre ich also ganz gespannt, was das ist. Vielleicht habe ich einen amerikanischen Husband. Vielleicht hättest du gar nicht weg. Du heisst Ruth. Wow, wow. Ruth siehst du sie. Genau. I am the Ruth. Du, du, du bist der Ruth. Thank you, thank you. Ich glaube, mehr holen wir aus diesem Joker nicht raus. Wir machen uns auf den Weg zum vierten Zuhause. Aber nicht ohne, dass wir zuerst kurz zurückschauen, was wir bis jetzt alles erlebt haben. Was denkt ihr, wer wohnt in Zweifelde in der Altbauwohnung und hat gerne abstrakte Kunst? In der Altbauwohnung wohnt die Christin. Die hat gerne Tiere. Du bist doch bei der Begrössigung für deine viermeinigen Freunde. Dort hängen sehr viele Tierbilder. Ich könnte mir vorstellen, sie ist Jägerin. Wir kochen. Mit drei Linden. Wir kochen. Vielleicht ist die Dame ja Jägerin. In der Altbauwohnung sehe ich sehr guten Peter. Ein Bild eines Metzgers. Das könnte ein Jäger sein. Ein Mann könnte ja auch Jäger sein. Darum sehe ich keine Frau in dieser Wohnung. Aber Peter, ja. Und wer fährt auch in Wolfhausen, in der Betonwohnung, seine Träume mit einem Traumfänger? In dieser Betonwohnung sehe ich Darlaia als Pflegefachfrau. Passest du gut in den Stuhl? Ja, du passest gut in diesen Stuhl. Die Gesundheitsbücher, die miteinander sind. Und so wie sie angelegt ist und ihren Stil doch auch ein Auge für das Moderne hat. Und so schön. Mütlicher Tisch. In der Betonwohnung wohnt Peter. Weil er hinter einer dieser Türen seine Beratungspraxis hat. Und dort wohnt er mit seiner Frau, die eine Hochschule betreibt. Wer tanzt zu Elvis und Co. im Haus mit Türmchen zu grüssen? Ich glaube, in diesem Türmchenhaus wohnt Wenke. 2-0-0. Yes! Schaut das! Als sie hier die Jukebox angestellt hat. Dann hat sie zu tanzen. Hüftschwung. Und dann habe ich noch Elvis Presley in einer Ecke gesehen. Dort hat sie sich verraten. Im Haus mit einem Türmchen könnte ich mir einen sehr guten Peter vorstellen. Ja! Ja! Sehr gut! Ich will hier viele Amerikensachen und er könnte ganz gut Reiseberater sein für Amerika-Reisen. Zu unserem nächsten Objekt fahren wir in den Kanton Durgau auf Hoseruck. Hoseruck. Hoseruck liegt im Bezirk Weinfelden. Hoseruck. Ja, wer von euch weiss, was Hoseruck heisst? Ich gebe euch einen Tipp. Es hat nichts mit Hoserücken zu tun und auch nichts mit Schwingen. Einen kleinen Tipp gibt es. Schauen wir kurz das Wappen an von Hoseruck. Und? Ist der 20er-Gate? Hoseruck hat früher nämlich Haseruck geheissen. Was so viel bedeutet wie Haserücken. Und Hoseruck liegt am Südhang vom Nollen. Vom Nollen oben runter geniesst man unter anderem den Blick auf den Bodensee und die Alpen. Und ganz in der Nähe steht auch unser nächstes Objekt. Das Bauernhaus. Ob es auch hier Hasen gibt? Willkommen bei unserem vierten Zuhause. Und unsere Tour des Weiss macht einen Stopp, nachdem wir im Kanton Aargau, Zürich und St. Gallen waren. Jetzt also hier im Kanton Durgau. Und wir stehen vor dem nächsten Objekt. Schaut mal, ein schönes Bauernhaus. Ihr dürft ein Auge voll nehmen. So sieht das Haus. Und zum Bauernhaus gibt es natürlich auch einen Schlüssel. Wer möchte öffnen? Ah. Oh, eine Gleie, oder? Wenke? Ja, komm. Doch, Aglaia. Ja, gut. Also, dann könntest du öffnen. Und die anderen. Hinten rein. Viel Spass. Gute Besichtigung. Danke. Oh, das ist ja imposant. Wow. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist eine Mühle. Für was? Für Mehl? Ich glaube eigentlich nicht. Keine Ahnung. Etwas, was man oben rein tun kann. Und dann ... Ah, ja. Etwas Grünes vielleicht. Ja. Siehst du diese Flaschen? Die Koppflaschen? Das kommt da rein. Äpfelsaft. Ja, darum. Ja, darum. Eben. Das habe ich auch gerade gemacht. Äpfelsaft ab und zu, ja, okay. Aber ich habe lieber ein Glas Wein. Ein richtiges Lädelchen. Verschiedenste Sachen, ja? Ja. Gumpfi. Und Kerzen. Und Kuchen. Nee, Früchtenbrot. In diesem Lädelchen sehe ich jemanden, der sehr gerne handwerklich arbeitet. Das Auge für das Florale hat. Und einfach am schönen Freude hat. Und da sehe ich Christine. Und ihr Kleid würde genau zu diesem Ding anpassen. Und hier oben. Schau mal, die schönen Objekte, die es hier oben hat. Wirklich? Komm, Vivian. Ich spanne. Kommst du mit? Probierst du das blaue Velo und das kleine? Komm mit. Bei dieser Besichtigung jetzt nehme ich mir vor, etwas Sachen anzuschauen, die zum Zählen sind, die für einen Joker gültig wären. Das habe ich bis jetzt immer verpasst. Ja, liebe Vivian, da wirst du sicher genug Sachen zum Zählen haben. Schau mal, Lasa. Was haben wir da? Schau mal. Eine Schulbank. Eine Schulbank. Und noch mit Kreiden. Hä? Hast du auch noch mit so einer Tafel geschrieben? Ja, sicher. Schon, ja? Ja. Ja, ich nehme. Woll. Aber kein Kreiden. Kein Kreiden. Also bei mir hat die Schulbank schon moderner ausgesehen. Aber bei Vivian könnte es durchaus sein, dass sie schon dort geköckelt ist. Was sehe ich da? Das war mal eine Wirtschaft. Schau mal. Wirtschaft. Krone. Wirtschaft. Krone, oder? Ja, könnte durchaus möglich sein. Also was ihr alles sieht mit dem Schild, mit der Wirtschaft. Also mir ist da gar nicht aufgefallen. Liebe Christine, da brauche ich nicht einmal meine Brille, die ich sonst jetzt nicht dabei habe. Aber da kann ich gut lesen, was draufsteht. Du könntest hier die Enten ziehen. Ja, aber ... Vorne runter. Können die anderen Spielsachen von dir sein, Vivian? Könnte. Könnte. Ja, ja, die du früher benutzt hast. Absolut. Und hier, auf der linken Seite, haben wir was? Hi, schau mal. Ah, alles Spiele ... Alles alte Spielsachen. Ja. Da hat es noch ... Teilalte. Nein, ja, schau mal. Die habe ich gerne gesehen. So gut. Schau mal, die Mützen hier sind gut. Ja, cool. Und du denkst, von wo die sind? Aha. Ja. Feuerwehr, oder ... Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch ... Schau, schau. Ja, super, gell? Ja, super, gell? Aber weisst du, ein bisschen made me. Ja, ja, genial. Siehst doch gut aus. Ja, ja, ja. Das ist genau die Vivian. Ja, ja, super. Ja, ja. Ich frage mich langsam, was das ist. Ist das ein Museum? Hat da etwa eine grosse Sammelleidenschaft, die diese viele Sachen auf Flohmerden oder auf alten Bauernhöfen zusammelt? Die Wenke Taglayer und Peter starten ihre Besichtigung im Wohnbereich. Oh! Oh! Eieiei! Oh, ein Bänkchen! Mit Schuhen! Wo kommen die denn her? Was meinst du? Farbefroh, oder? Aglaja, wo kommen die her? Keine Ahnung. Und du weisst es auch nicht? Uh! Filz. Zwerg. Zwergschuhe. Ja. Oder Putzen. Putzschuhe. Putzschuhe. So eine zusammengewürfelte Sache mit altem Bänkchen und spitzigen Schlarpenschuhe und eine Bierkiste und einen Bouda drauf oben. Also ein bisschen konzeptlos. Das habe ich echt nicht erwartet. Oh wow, diese Tür! Oh! Die ist ja der Hammer. Sehr hübsch. Ja. Uralt. Die nächste Überraschung. Die nächste Überraschung ist diese Türe, die ich ganz klar nach Indien packe. Rein von den Ornamenten. Ich kann auch völlig schief liegen, aber ich glaube, die ist aus Indien. Ich glaube nicht, dass die von Indien ist. Nein? Was glaubst du denn? Die ist aus einer Kapelle. Aus einer kleinen Kapelle. Ah, ehrlich? Wo denn? Oppen Zallerland. Ah ja, das glaube ich jetzt gar nicht. Aber ich würde schon auch eher auf Witter weg tippen. Was gibt es noch? Oh, da hat es auch noch eine Sammlung. Ja, Wahnsinn. Oh, da ist aber jemand für gereist. Ein bisschen Kreuz und Feuer. Russland, Afrika. All over the world. Die Vitrine ist eine ganz bunte Sammlung. Ich denke, da hat jemand einfach eingetaut, was ihm gerade gefallen hat und irgendwo in irgendeiner Zeit, auf einer Reise, mal sein Herz erfreut hat. Im ersten Stock geht Entdeckungsdauer weiter. Gehen wir mal hier schauen, wenn man klopft, ob jemand drin ist. Niemand da. Lauf ich rein. Wow. Das Schlafzimmer ist ein bisschen klein. Ein bisschen ein grosses Bett für diesen kleinen Raum. Aber vielleicht sind das zwei grosse Leute, die dort schlafen. Schau mal das an. Ja, also das ist ganz speziell. Hi, Yasset. Also das ist eine Bombe. Ist ja? Ein Zweierbob. Wieso weisst du das? Ja, das siehst du doch gerade. Wieso weisst du das? Ich probiere es aus. Schau mal. So geht das? Schau hat es keinen Schnee. Ja, super. Meinst du das? Ja, schau mal. Das ist doch lustig. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ein Wasserbecken. Ein Wasserbecken. Ein Wasserbecken. Du, ist aber bequem im Fall. Ist es wirklich nicht ... Ja, gell? Ja, nein. Also für mich schon. Ich habe gerne weich. Für mich ist es ein bisschen hart. Schon? Ist es bei dir eher härter? Weisst du, das kann auch sein, oder? Ja, ja. Und du, da schlafe ich jetzt tatsächlich zwei. Ja, also sicher. Gell? Es sieht so aus. Es ist genug gross. Ja, ja. Wow, diese Küche. Oh, schöne Küche. Da wohnt nicht ein kleiner Mensch. Aha. Das krägst du immer raus. Aber vielleicht du? Tja, vielleicht wohnt da auch jemand, der gerne hoch arbeitet. Also so, ist ja besser für den Rücken. Spricht ja für jemanden aus dem Gesundheitswesen, der das weiss. Man sieht da nicht raus. Auf mich deutet ganz viel auf die Christine hin. Aber die Aglaia verhält sich im Moment anders als sonst. Und ich könnte sie mir auch dort vorstellen. Ja. Zu jemandem aus dem Gesundheitswesen passt das. Unbedingt. All diese schönen Gläser mit diesen Sachen drin. Ja. In diesen Dosen hat es viele verschiedene getrocknete Sachen. Nusssachen, Kernsachen. Ja, ich denke, da schaut jemand etwas auf seine Gesundheit. Und hier eine geträchselte Pfeffermühle. Hübsch. Der Kaffee. Und der Kaffemühle gesund und achtsam. Durch. Aha. Okay. Frisch. Frisch. Der Kaffee röstet. Schon? Es scheint so, als ob wir noch Kaffeekennerei unter unserer Runde haben. Und jetzt gerade verbissen habe ich die Kaffeebohnen noch nie, um sie zu testen, ob sie gut ist. Und nach dem Essen kann man hier etwas ausruben. Ja. Ist der bequem? Ich probiere den gerade aus. Du hast ja gerne einen Ledersessel. Ich habe sehr gerne einen Ledersessel. Du kannst deine Füsse hochheben. Aufs Schemmeli. Ja. Ach, der Sessel sieht so bequem aus. Ist aber nicht ganz so bequem. Und vor allen Dingen ist es recht warm. Dort. Und hier die Küsse. Ist das, um auf den ganzen Turm sitzen, oder? Nein. Für unsere drei Runde. Nein, das ist, um so zu meditieren. Ah, das ist mega. Und dann hier die Aussicht auf das draussen. Das ist ein sehr schöner, gut gepflegter Garten. Ich finde ihn wunderbar. Ich würde ihn sofort nehmen. Aber ich hätte dann auch gerne jemanden, der ihn macht. Ist es für mich ein bisschen zu wirr, der Garten? Also würde dir das besser gefallen, so einen konservativen Bauernhofgarten mit Rüebeln und Kopfsalat und Bohnen? So ein bisschen Mischung. Ja, nicht allzu strukturiert. Schon nicht. Aber so ein bisschen, ja. Bis zwischen denen. Also ich glaube, dem sagt man ein biodiverser Garten. In diesem Garten hat es ganz bestimmt einheimische Insekten. Und Igel. Und Blindenschleicher. Und Bienden, Schmetterlinge. Alles Mögliche. Ah, da haben wir noch drei Skulpturen. Du musst sie vielleicht mal umdrehen. So, und wer wäre jetzt welches Tier? Ah, hier. Also Dwenke wäre, glaube ich, die grösste dort. Mit den Händen im Hosen-Sacken. Ich sage Dwenke als Lux. Da bin ich. Okay. Da bin ich so. Und wer wärst du? Ja. Der Wolf im Schafspelz ist er. Vielleicht ist der Peter der Wolf im Schafspelz. Und wohnt da. Und ich habe ihn überhaupt nicht wahrgenommen, weil er sich so gut verstellen kann. Und wer bist du? Ja, dann bleibt nur noch der, der dort Spargumenten macht. Das mache ich dann nachher, nach dem fünften Objekt. Und bis dann bin ich noch etwas zurückhaltender. Mit dem Waschbär kann ich mich gut identifizieren. Der ist so etwas knudelig und in meinen Farben schwarz und grau und weiss. Hier habe ich jetzt nicht mehr geklopft. Ah, wow! Ein Papierhaus, schau mal. Ist das? Das ist ja gigantisch. Du kennst dich wahnsinnig aus. Ja, aber so etwas. Hey, schau dir das. Und schau dir die schöne Badeweine an. Ja, super. Der Mittelpunkt von diesem Raum ist einfach, die grosse Badewanne. Die ist sehr einladend. Perfekt. Oh, ist das? Perfekt. Ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Ja, ich helfe dir. Ah, nein, die Länge ist gut. Super. Ja, ja, siehst du siehst. Also, tschüssi miteinander. Perfekt. Tschüssi. Ich komme wieder in einer Minute. Nein, siehst du noch raus. Okay. Eins, zwei, drei. Ho, ho. So, kacke. Danke. Weisst du, was du machen kannst? Was? Geh mal in die Dusche. Wo hat es denn hier eine Dusche? Ah. Wieso weisst es dir, dass du da hinten Dusche ist? Geh mal. Lauf, lauf. Aha. Lauf, lauf. Die ist ja riesig. Hey, geh auf die Seite. Nein, nicht anlassen. Nicht anlassen. So gut. Du bist riesig. Du kannst also das Zweite duschen. Ja, mindestens. Ja. Das ist cool gemacht. Ganz schön gemacht. Und modern. Auch wieder für ein Bauernhaus. Ja. Du wirst also nicht erwarten, dass so grosse Dusche da hinten ist. Nein. Ich sehe so ein Viereckli dahinten. Ja. Und das schöne Brünnelchen mit dem Holz. Ja. Ganz schön, oder? Ja. Hat es echt ein wenig, oder? Ja, gut. Meinst du, muss man wirklich das, was wir im Schlafzimmer gesehen haben, benutzen? Ja, ja. Das ist auch gut. Ganz schön, oder? Ja, ja, ja. Ganz schön. Ja. Und ich finde es auch gut, dass das ein wenig separat ist. Ja. Hast du gleich deine Ruhe? Ja, ja. Links duschen. Zuerst die Toilette, dann duschen. Duschen, ja. Und vielleicht noch die Badwannen, oder? Ganz gut. Und was haben wir hier noch? Ah, da setze ich mich jetzt nicht rein. Bitte setzen. Bitte setzen. Oh, ja. Hebt das? Ja, das hebt sicher. Du, Versichtler. Ja, ja. Jetzt muss man wieder schön. Oh, du, jetzt ist er auch noch. Sehr. Ja. Moula. Ah, guck an. Die Leier weiss gerade, wie es geht. Die weiss gerade, wie es geht. Der Peter wirkt nicht selbstverständlich in dieser Schaukel. Der wirkt nicht so, als ob er da öfter sitzt. Eher so ein bisschen verkrampft. Ich glaube, der traut der Sache überhaupt nicht. So, schau mal. Ah, schau mal. Jetzt wird der Petri in den Schlafschaukeln. Brauchst du ein kleines Pauseli? Oder eine Stärkung? Jetzt wieder eine Stärkung. Die Stärkung habe ich dabei. Nehmt doch Platz hier auf dem Bänkli. Super. Und Vivian und Christine. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Kommt davon. Ah, schön. Nehmen Platz und es gibt ein Früchtenbrötchen mit Vitaminen. Hast du Platz hier? So, ihr wisst, ich habe wieder etwas dabei. Und zwar eine Jockerfrage. Wer wäre froh um einen Tipp, um einen zusätzlichen Hinweis? Das gleiche nicht? Nein. Nein. Also ich nehme. Sofern alle verzichten würdet. Sicher? Ja, ich habe gesehen. Unterschiedlich beliebter Jocker. Ja. Also dieses Mal habe ich überhaupt nichts gezählt. Aha. Es geht also nicht um eine Anzahl. Aber, ein kleiner Tipp. Ich sitze genau vor dem Ding, das es darum geht. Kachelofen. Aglaja, du sagst es. Es geht also um diesen wunderschönen Kachelofen hier hinter mir. Und zwar geht es um die Jahrzahl. Wann wurde erbaut? Wer am nächsten dran ist, bekommt einen zusätzlichen Tipp. Vivian. 1850. 1850, Vivian. Und ich bin sehr gespannt, Aglaja, was du bietest. 1666. 1666. Immer notiert. Peter. Nein, ich würde sagen, 1930. 1930 für Peter. Wenke. 1879. 1879. Und Christine? Ich bleibe auch im 18. Jahrhundert. 1894. Gut, wir haben Schätzungen von 1666 bis 1930. Und tatsächlich wurde der Kachelofen irgendwann in diesem Zeitraum erbaut. Und jemand von euch war recht gut, muss ich sagen. Nur drei Jahre daneben. Der Kachelofen hat Jahrgang. 1882. Und nur drei Jahre daneben ist... Wenke. Ah! So gefeiert! Ah! Schon nur, dass du immer so einen Tanz aufführst, finde ich, hast du den Joker wirklich verdient. Bitteschön. Alle anderen schauen ein bisschen weiter weg. Ja, ja. Und Wenke darf mal drehen. Bitteschön. Dieses Auto, das ist so ein bisschen schwierig. Das könnte zu einem Mann passen, zum Peter. Ist ja logisch, aber im ganzen Kontext nicht. Zur Christine auch. Und zu Aglaja auch. Wem ich das nicht zuordneste, Vivian. Ganz klar. Danke vielmal. Na gut. Ich nehme es gleich wieder in meine Obhut. Ihr könnt wieder zur Wenke schauen und könnt sie ausquetschen, wenn ihr wollt. Tja. Und jetzt, die. Yes. Hat es etwas gebraucht? Hm, weiter. Ich muss erst darüber nachdenken. Grossartig. Meine Damen und Herren. Es kann sein, dass die Tagesschau heute etwas später kommt. Wenke braucht noch etwas Bedenkzeit. So, Wenke. Hast du etwas, was du uns mitteilen kannst? Ja, was soll ich euch da jetzt sagen? Etwas Kleines. Es ist klein. Tatsächlich. Ja, es ist. Also in der Kategorie, in der sich dieses Objekt bewegt, ist es klein. Mhm. Ja. Etwas Kleines. Kann man es essen? Nein. Du brauchst es? Ja. Was hat es für eine Farbe? Farbe? Ja. Ehrlich? Ja gut, das kann ich sagen. Ähm, hellblau. 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 Und er ist dunkelblau. Fies, gell? Ist es rund? Im weitesten Sinne, ja. Ah. Ich glaube, mehr bringen wir nicht aus der Wenke raus. Finito, Pepito. Wir gehen jetzt zum letzten Objekt. Und was müsste es für ein Objekt sein, damit eure Rechnung aufgeht? Also der Stil. So Chalet-mässig würde mir jetzt noch fehlen. Also etwas Rustikales. Rustikal? Ja. Ich finde eine Stadtwohnung toll. Das würde für dich aufgehen? Peter, für dich? Für mich fehlt jetzt für meine Geschichte noch etwas Ländliches, so etwas Tierplatz haben. Etwas mit Tieren, etwas Rustikales oder doch etwas Städtisches. Wir werden es sehen, wo unsere letzte Besichtigung, Achtung, stattfindet oder nicht. Zuerst aber die Stärkung mit dem Früchtenbrot. Ich schläge ruhig zu. Einen guten. Und mir nimmt es natürlich noch Wunder, ob sich die Tipps von diesen fünf in der Zwischenzeit verändert haben oder nicht. Im Moment sieht es so aus. In der Altbauwohnung verdächtigen jemanden die Aglaia, jemanden den Peter und ganze drei meinen, die Wenke könnte dort wohnen. In der Betonwohnung tippen drei auf die Aglaia und zwei auf den Peter. Im Haus mit Türmchen sehen ganze vier die Viviane als Bewohnerin und jemanden denkt, es sei die Wenke. Im Bauernhaus verdächtigen vier die Christinnen und jemanden vermutet den Peter dort. Hallo. Sven hat schon einen Fehler gemacht. Hallo. Sven, bei euch im Wallis ist es immer noch so, dass man die Fahrausweise aufgrund von verwandtschaftlichen Beziehungen bekommt, oder? Ja, Peter, das war bei mir natürlich überhaupt nicht der Fall. Also ich habe meinen Fahrausweis ganz regulär im Bingo gewonnen. Unser letztes Objekt ist in Winterthur. Liebevoll sieht man hier Winti zu dieser Stadt, die die sechstgrösste der Schweiz ist. Winti liegt zwischen sieben bewaldeten Hügel und ist diese Stadt mit dem grössten Waldanteil in der Schweiz. Auch die grosszügigen Parks sorgen für viel Grün. Winterthur nennt man darum auch die Gartenstadt. Die Altstadt von Winti ist eine grosse Fussgängerzone. Mit vielen Restaurants und Läden, die zum Flanieren einladen. Und wer mehr Kultur sucht, wird sicher fündig in einem von den 16 Museen. Winterthur hat sieben Stadtkreise und einer davon ist Wölflingen. Dort steht ein Haus am Hang. Es ist unser letztes Objekt. Der Abschluss unserer Reise ist hier in Winterthur. Hier dürft ihr das letzte Objekt anschauen. Und wir stehen schon vor dem Objekt. So sieht es aus. Von aussen. Jetzt sind wir endlich mal im fünften Objekt angekommen. Aber ich bin schon etwas müde. Ich nehme mich in Wunder, ob jetzt meine Rechnung wird aufgehen. Wer jetzt da wohnt? Wir nennen es ganz liebevoll das Haus am Hang. Macht Sinn, oder? Ja, gut. Und es gibt noch den letzten Schlüssel. Wer hat noch nicht aufgetan? Wer will noch? Ja, ja, ja. Schau mal, wie das Bandchen abgestimmt auf dein Ding. Schau das an. Also, bitteschön. Viel Spass im Haus am Hang. Oh, das ist aber schön. Wow. So hell und einladend. Also, ich habe mir das alles viel dunkler vorgestellt. Wunderschöner Eingang. Oh, schönes Bild. Ja, es kommt gut zur Geltung hier. Und diese Pflanzen. Hier nochmals. Mit jemanden, der prinscht, affin ist. Es kommt sehr gut zur Geltung an diesen grossen Wänden. Komm, Vivian, wir gehen hier durch. Ja, bitte. Wir gehen hier auf die Seite. Und ich gehe hier her. Bei dieser grossen, offenen Küche fehlt es wirklich an nichts. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich wäre bald bereit für eine Nacht. Eine Küche, ziemlich gross. Mhm. Ein ganz anderer Stil von Bild als im Stegenhaus. Absolut. Wieso weisst du das so gut? Kannst du dich gut zeichnen? Nein, aber ich sehe es. Ah, siehst du es? Ja. Hast du einen guten Blick? Hä? Ja. Vielleicht sagt man dem Stilleben nicht. Könnte es sein. Nein, keine Ahnung. Aber so passend zu dieser Früchte-Schale. Ja. Also das weiss ich, dass wenn man Bilder malen, so genau, so eine Frucht-Schale, dann sagen wir Stilleben. Okay. Aber das weiss ich nicht. Ich überrasse mich jetzt gerade, dass Aglaia sich nicht herauskommt mit Kunst. Aber jetzt kann sie es genau sagen, was es ist, dieses Bild. Und ich sehe hier, schau mal, so viele Kochbücher. Kochbücher? Mhm. Warum weisst du denn von so weit weg, dass das Kochbücher sind? Also schau mal, Food. Was soll das sonst sein? Okay. Also in einer Küche erwarte ich eigentlich keine andere Bücher als Kochbücher. Das wäre sonst komisch. Und ein Glastisch. Mhm. Hast du gerne einen Glastisch? Nein, du. Also wir haben viel, viel zu heikel. Also was ich nicht gerne habe, ist, dass man die Beine sieht. Ein No-Go. Also da braucht es für mich klar ein Tischtuch darüber. Oder einfach einen anderen Tisch. Aber vielleicht ist es auch ein Designerstück. Ja, aber der, der hier wohnt, oder die, die braucht sicher ein Set oder etwas. Kannst du ja nicht direkt da drauf essen. Ja, es ist ein bisschen kalt. Gell? Ja. Ja. Nicht nur das. Es klingt dann, oder? Bei dem Geschirr. Ja. Ja. Aber die Küche. Sehr schön. Mhm. Also was mir jetzt auffällt, ist eher, weisst du, das hier, die Backöfen. Das würde wieder zu der Konditorin passen. Mhm. Aber schau mal, wie tief. Das passt zu dir. Schau mal. Perfekt. Oder? Genau, das ist eine coole Marke. Ja. Das ist genau deine Höhe. Sehr herzig. Du hast dich jetzt gerade verschnäpft. Aber du bist ja ein bisschen ... Ja, ja, gut. Aber nein. Und was ist denn das? Das habe ich nie gehört. Aber schau mal deine Fingernägel. Mhm. Zu dieser Maschine. Also da wärst du schon ... Das ist ein bisschen an der Wagen. Also, gell? Nein, also ... Ja, aber du hast gerne Rot. Ja, meine. Nein. Hey, schau es mal richtig an. Das ist doch kein Tomatenrot. Das ist Chinarot. Schau es mal an. Das kannst du sicher schinken oder Salami. Aha, Fleisch. Ja, Fleisch. Ja, Fleisch. Brot könntest du sicher auch schneiden. Oder sogar ... Ich weiss nicht. Oh, so einen italienischen Schinken. Wie sagt man den? Ja, so einen Barmaschinken. Barmaschinken. Ja, der wäre vielleicht etwas groß. So ein Bein. Ja. Oder ja. Aber das ist sicher jemand, der gerne kocht. Ja. Oh, schön. Ei, ei, ei. Ist das das Büro, oder? Oh, die Medaille hier hinten. Jawohl. Das sieht irgendwie noch spät aus, oder? Jawohl, ja. Das ist ein bisschen sportlicher. Ja. Sehr gut. Draußen hängt auch New York City Marathon. Ah. Da könnte auch ein Berater arbeiten, der sportlich ist. Zum Beispiel ... Ein Gewichtsheber oder so? Nein, Marathon. Nein, Marathon. Steht ja laut. Ja. Du hast gut aufgepasst. Kannst du mal sehen. Ja. Dafür bin ich ja da. Ja. Ja. Ja, also jetzt wartet ab, bis ihr wisst, wann ich für einen Berater bin. Schauen wir mal, was hier drin schön ist. Ah. Ein Schlafzimmer. Ja. Mit Blick raus. Ja, herrlich. Da sieht niemand drin. Sehr schön. Wow. Ein riesen, grosses Schlafzimmer. Mit viel Scheiben, viel Licht. Wieder ins Atrium raus. Es ist sehr einladend, freundlich, sehr geschmackvoll eingerichtet. Und Beatles-Fans hier. Ich habe es schon. Wer singt uns jetzt ein Lied von den Beatles? Ja, ja, ja. Schwierig. Schwierig für mich. Du musst anstimmen. Ich kann das singen. Ich kann nur Musik hören. Und die Bilder finde ich jetzt noch ... Die sind genial. Die sind super. Also, Beatles mag ich seit ich zehn bin. Aber diese Bilder von ihnen kenne ich nicht. Und, da ... Wie gewohnt im Schlafzimmer noch im Fernseher an der Wand. Nein! 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 Entschuldigung, ich habe mich getauscht. Aber ganz dunkel. Ja! Das ist auch süss. Was ist das? Was ist das? Wolken? Oder ein Himmel? Oder einfach ... Ich finde, das könnte alles sein. Das ist das Schöne daran. Ja, ich weiss, über Kunst können wir lange lange diskutieren. Für mich ist es einfach ein düsternes, ein nichtssagendes Bild. Schön. Und das ist gleich Stuhl wie bei mir, oder? Und die Bernstein-Kette, kennt ihr die? Nein. Das ist Bernstein. Ah ja. Zum Teil hat es da auch Sachen drin, die versteinert sind. Aha! Ja. Das weisst du? Ja. Warum? Ja. Ah, weg! Du meinst, du führst mich jetzt auf eine andere Fährte? Wer weiss, wer weiss. Wer weiss. Gut. Ein Wohnzimmer mit Designerstuhl. Kennst du dich aus? Ja, ich ... Also ... Ein bisschen, also ... Ja. Also, wenn ich manchmal zu meinem Hausarzt gehe, dann hat er im Warteraum so ein Sessel. Ja. Hat das jetzt etwas mit dem Corbusier zu tun? Ja. Oder ist das nicht Corbusier? Ich bin nicht sicher. Aber hier schauen wir die schönen Bilder wieder. Ah, das ist nur für jemand anderem. Ja. Das sind ... Und ... Ein bisschen düster. Sind das eigentlich das Porträt? Das ist eine Frau, oder? Das sieht so aus. Und das ein Mann. Das sind zwei Männer. Das ist auch ein Mann? Mhm. Okay. Also, schau, da hat wie eine Schnauze, oder? Der Kopf, wenn ich ihn anschaue, das ist ja Paul McCartney. Und die Beatles, früher, aber jetzt immer noch. Das war meine Lieblingsmusik. Und die Spieler von Hollingstone oder The Beatles. Oh, da kann ich nicht rein. Da habe ich keine Ahnung. Also, wenn es John Lennon wäre, könnte ich das bejahen mit The Beatles, aber so habe ich keine Ahnung. Schau mal hinter dir. Was? Oh. Ein Atrium. Ja. Das ist ja cool. Ein Atrium kommt aus der römischen Architektur. Es ist ein rechteckiger Innenraum. Von da aus sind alle Räume rundherum zugänglich. Wow. Das Atrium. Ich liebe es. Wirklich. Und die Idee, dass dieser Baum zuerst hier sein durfte, meine ich jetzt. Vielleicht wurde er auch nach diesem Haus gepflanzt. Aber in meiner Idee war dieser Baum zuerst. Und das finde ich super cool. Welcome im Atrium. Ja. Also, das ist für mich ein Wow-Effekt. Sehr schön. Ja. Cool. New York City Marathon. Ja. Meinst du, wir möchten den rennen? Ja. Weisst du, wieso? Also, jede Hälfte rennen, oder? Dann würde es schaffen. Weisst du, was ein Marathon ist? Irgendwie über 40 km. Ich weiss. Möchtest du 20 km rennen? Also, ich bin schon mal 16 gerennt. Aber 2003, vielleicht haben wir es dann auch. Ja, ja, ja. Das war ja vor 20 Jahren. Ja, ja. Okay. Also, Peter, den sehe ich als Marathonläufer. Er ist also slim, oder? Kein Gramm Fett an sich. Mhm. Und das ist ein Springbrunnen. Oder vielleicht kann man hier Münzen reinrühren. Ja. Man hat dann einen Wunsch. Wie in Rom. Ja. Und weisst du, was ich heute für einen Wunsch hätte? Nein. Den Jogger gewinnen. Okay. Da hätte ich jetzt, glaube ich, wirklich gerne einen Jogger. Ich habe noch nie einen gehabt. Ich möchte auch mal einen gewinnen. Ja, vielleicht holst du ja noch den letzten. Und lange geht es nicht mehr bis zum nächsten Jogger. Oh, das ist mein Bart mit diesem hellblau. Schön. Ja, du passest perfekt hier rein. Ja. Ui. Und was ist das dort? Ui, ui. Die will ich ausprobieren. Eine Maske. Die muss ich gerade haben. Und dann bin ich damit in die Wanne. Ich habe ein bisschen Hemmung, hier reinzusteigen. Aber ich mache es jetzt einfach. Du bist ja gross. Du kommst gut drauf an, oder? Ja. Ich will dich jetzt sehen. Aber hat mal die Brille weg. Ja. Dann sehe ich natürlich nichts mehr. Aber es ist ja wurscht. Hauptsache, ihr seht mich. Oh. Oh. Ja, die passt. Ja, perfekt. Und dann muss ich natürlich in die Wanne steigen. Ja, jetzt. Ich glaube, du kannst es machen. Also, die Maske passt ihr wie angekossen. Wie wenn man sie auf ihr Gesicht gemacht hätte. Aber du das auch mal. Ja, super. Alle einmal ente sein. Du, das ist ein wenig. Kack, 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 kack. Siehst du aus? Ja. Ich sehe nur nichts mehr ohne Brille. Ja, gut. Ja, so ging es mir auch. Ja, ja. Es ist wirklich ganz schön aus, wollte ich sagen. Ja, sehr schön, ja. Mir steht sie auch. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, ja. Also, auf einmal so viele Haare. Ja. Also, viel Umfang auf dem Kopf. Wenn ich du bin. Und kennen wir über dich gerne nicht. Ja. Dann springst du sie wieder hoch. Ich bin jetzt nicht gerade der Fasnachtstyp. Aber die Maske gefällt mir wirklich. Und ich finde so eben gerade die schönen Masken, die Karnevalmasken, finde ich eigentlich noch sehr faszinierend. Auch mit dem Hintergrund. Wie sieht es denn hier hinten aus? Ah. Eine Dusche. Eine Dusche. Ja, jetzt denke ich, das gehe ich rundherum. Genau, ich dusche. Wahrscheinlich ist die andere Seite dann das andere, was man im Bad braucht. Jawohl, genau. Vielleicht. Gehen wir mal mal schauen. Und das Bild auf der Wand. Da gefällt mir. Es ist das, was ich erwartet habe. Das sieht jetzt auch wie eine Masse. Was meinst du? Eine Sauna. Eine Sauna? Nein. Zeige mal. Nein. Nein. Ja. Du. Ja, man muss noch ein bisschen Späßchen machen, oder? Ja, ja, ja. Die Sauna ist mir eingefallen, weil es so unwahrscheinlich ist. Also ist ja logisch, dass es ein Witz ist. Gibt es ja gar nicht so eine Mini-Sauna. Oder vielleicht doch. Und was ist denn das für eine lustige Matte hier am Boden? Hä? Gymnastik. Gymnastik. Machst du das? Ah. Äh. Ja, ich müsste es probieren. Ah. Wenn ich dann umgehen, lachen dann alle. Ah, du weisst, dass man darauf balancieren muss? Ja, ja. Das weisst er. Ja, das weisst er. Okay. Als Berater weisst man alles. Ist das so? Ja, genau. Als Berater muss man mal das Gleichgewicht behalten. Aha, ja. Und dann läuft man im Marathon und stellt sich da drauf. Ja, aber okay. Okay. Und wir verlassen den Raum. Ja, aber das ist ein wirkliches Kreta. Bloß raus hier. Oh. Oh. Ja, 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 ja. Groszügig. Ja. Und viel Kunst, sehr viele schöne Sachen. Ja. Eine Eule. Die Lenke ist sicher eine Nachtüle. Hey, die Eule. Hey, der Giraffe. Das ist auch cool. Sehr. Und überall die verschiedenen Designerstühle hat es überall ganz schön. Und afrikanische Kunst. Da war jemand in Afrika. Aha. Hast du auch solche? Äh, das werden wir erfahren. Ja. Ich war zweimal in Nordafrika und einmal in der Nähe von Südafrika. Und ich mag Afrika. Also da ist jemand sehr viel gereist. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Das volle Programm. Unglaublich. Du wirkst so reisend und sportlich. Überall zu Fuss gewesen, meinst du denkst. Ja, Marathon durch Dubai. Genau. Reiseberater, Peter. Reiseberater. Ja, ich bin bereit für alles. Und das schöner, grosser Sofa. Ja. Da haben ja viele Leute geblattet. Ich glaube, da probieren wir es aus. Super. Ich gehe auf Rot. Ich gehe auf Rot. Gehst du auf Rot? Ich gehe auf Rot. Da kann man immer überlegen, wo man sitzt. Ja. Ist doch nicht schlecht. Dann weiss man schon, sie sitzt auf Rot. Herrlich, herrlich. Oh Gott, heute wird schwierig. Ja, ja, ja. Ich glaube. Könnte es auch. Der heisse Stuhl. Der wäre heute in den Singen gekommen. Ja, das stimmt. Aha. Heisse Gespräche auf dem heissen Stuhl. Und bequem sieht es aber aus. Die anderen kommen doch auch rein. Sie sind noch im Atrium. Ich sitze jetzt mal vis-à-vis. Damit ich euch ein bisschen im Griff habe, auf dem heissen und weniger heissen Stuhl. Das ist eine spannende Lösung hier mit dem Sofa, mit Stoff und Leder. Ich denke, man kann auslesen, je nach Stimmung und vielleicht auch nach Temperatur, wo man gerne drauf sitzt. Sommer eher kühl, Winter eher warm. Ich finde es eine lustige Lösung, ja. Nehmen Platz. Macht euch bequem. Ja. Ja, das war das letzte Objekt, das ihr anschauen könnt. Auch hier gibt es natürlich noch mal einen Joker. Es ist der letzte für die heutige Ausgabe. Wer hat denn Freude an einem zusätzlichen Hinweis? Wir sind froh. Also ich möchte jetzt unbedingt den Joker, weil ich noch nie einen hatte. Und ich möchte jetzt, in den Kopf einsetzen, damit ich weiss, wer hier wohnt. Das ist der letzte Hinweis. Und zählt habe ich hier innen... Kochbücher. Oh nein! Ja, was? Ja, die habe ich schon gesehen. Das sind ja total viele. Ja, logisch sind es viele. Darum habe ich so erzählt. Ja, aber... Ja, aber... Ja, warum? Zählt mal selber zusammen, vor eurem geistigen Auge. Vivian, wie viele Kochbücher denkst du hier? 110. 110. 110? Ja. Aglaia, was bietest du? 60 umgekehrt, 99. 99. Peter? Oh... Gerade in diesem Rahmen wäre auch mein Plan gewesen, aber jetzt kann ich nicht gleich... Ja. Du kannst mit drehen, drüber, drunter. Ja, auf 117. 117. 117 für Peter. Wenke? Ich mache 101. Das hört sich gut an, oder? Absolut. Also, ich tippe nicht mehr wie du, sonst bin ich eh falsch. Neue Taktik zwischen dir. Ja. Also, ich gehe jetzt etwas nach oben. 185. Das war die richtige Antwort. Wer? 100... ...und 9... ...20! Wow! Peter! Bravo! Yeah, super! Endlich einmal! Der erste Jocker für dich! Genau. Das war es jetzt, meine letzte Chance für einen Jocker. Und wieder nichts. Endlich! Ja, das hast du verdient. Und du darfst etwas anschauen, das die anderen nicht gesehen haben. Und zwar hier oben in der Ecke. Ein Zimmer wird dir mehr zeigen. Danke. Oh! Das ist jetzt der Jocker. Eine Schere. Ich habe hier eine Baumschere in der Hand. Sie sieht gebraucht aus. Sie ist eine professionelle Schere. Die Person, die damit etwas aussagen wollte, hat schon eine Ahnung, für was man das Ding braucht. Das bedeutet, dass sie im Garten Sachen selber macht und da auch das versteht. Für wen würde ich das passen? In diesem Haus am Hang habe ich bis jetzt die Viviane gesehen. Aber jetzt die Baumschere, das praktische Schaffen im Garten, das sah ich wirklich eher bei den Christinnen. Und das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Oh ja! Du strahlst aber sehr. Ich will ehrlich sagen, so viel Klarheit hätte man das nicht gebracht. Oh nicht? Nein, komm jetzt. Das ist so beim Jocker. Ja. Aber die Farbe? Ja, also zu dem Ding. Ja, es ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug? Ein Werkzeug. Ja, ein Werkzeug, das man ... Du hast jetzt gelaufen. Aber darf man etwas röteln? Das ist natürlich immer eine Option. Darf ich röteln? Also eine Rötelfrage machen wir, aber ich gebe nicht sicher eine Antwort. Im Moment musst du ja oder nein sagen. Ein Pinsel. Nein, ich kann auch nichts sagen. Alle fünf zu Hause haben wir gesehen und die grosse Frage steht nach wie vor im Raum. Wer wohnt wo? Vielleicht habt ihr auch mitgetippt und gerätelt zu Hause. Dann seht ihr jetzt, wie gut ihr gewesen seid. Es gibt noch zweite coole Möglichkeit, nämlich selber mal mitzumachen, als Kandidatin oder Kandidat. Dann kommen wir mal bei euch zu Hause reinschauen. Alle Informationen dazu gibt es online auf srf.ch. Wer wohnt wo? Warum also nicht mal selber mitmachen? Wir würden es freuen. Und jetzt schauen wir mal, wie diese fünf Tippen haben, wer wo wohnt. In der Altbauwohnung wohnt Peter. Würdest du gerne lassen? Welches ist denn draussen? Ja, verschiedenstes. Was den Tag verbringst du? Es hat eine ruhige Ausstrahlung und er ist ein ruhiger Typ. Ich sehe ihn nicht da drin. In der Altbauwohnung wohnt die Wenke. Ach Gott, so schön. Da bleibe ich gerade. Ja? Weil sie sich so geniesslich in den ausgelatschten Ledersesseln gehen lassen hat. Und ihre Schuhe aus dem gleichen Leder sind wie diese Sessel. Wer gibt in der Betonwohnung Wolfhausen Wohnzimmerkonzerte? In der Betonwohnung wohnt Peter mit seiner asiatischen Frau. Zum einen wegen der Küche. Und ich glaube, dass er Kinder hat und dass sie viel musizieren und dass viele Asiaten dort sehr viel Wert darauf legen, dass die Kinder sehr fleissig sind und sehr viel lernen. Kannst du Klavier spielen? Hä? Was sind das für Noten? In der Betonwohnung wohnt Aglaia. Aglaia hat ja einen sehr stressigen Beruf als Pflegefachfrau. Sie braucht Erholung. Und das macht sie mit den Musischen. Gleichzeitig kocht sie wahrscheinlich gerne. Aber das ist schon orientalisch. Chili, Kurkuma. Mit diesen vielen verschiedenen Gewürzen und war schon viel in Asien. Und wer ist die Märli-Prinzessin oder der Märli-Prinz, die im Haus mit Türmli zu grössern zuhause ist? Im Haus mit Türmli wohnt Christina. Ein Stuhl, eine lustige Funktion. Ja, da ist jetzt ein Stuhl im Eckli. Ein Hinweis ist der komische Stuhl neben dem Bett mit so einem Pflegeleichtüberzug. Ich habe das Gefühl, dort sitzt in der Nacht ein vierbeiniger Kollege drauf. Und der zweite Punkt für mich ist, sie kann ich mir wirklich vorstellen, auf so einem Dörfchen draufzuhacken, durch Amerika, durch die Salsen. Im Haus mit Türmli wohnt Viviane. Gell, da rein. Weil sie mit einem Amerikaner geheiratet ist. Und weil sie die Sekretärin einer grossen Firma ist. Und weil Geld da drin ist. Wer von diesen fünf ist zuständig für das Hoflädeli im Bauernhaus? Das Haseruck? Christine wohnt in diesem Bauernhaus. Sie passt das super hin. Du, ist aber bequem im Fall. Ist wirklich nicht ... Ja? Ja, nein. Ich kann sie mir so gut in dieser Küche und in diesem Laden vorstellen. Sie hat auch die passenden Hände für diese viele Arbeit. Und sie scheint mir eine tatkräftige Frau zu sein. Aha. Okay. Frisch. 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 Der Kaffee. Schon. Der Gleier könnte im Bauernhaus wohnen, weil sie sicherlich handwerklich sehr gerne arbeitet und in diesem Hoflädeli Sachen verkauft. Und wer hat sich eine Erinnerung an sein sportlicher Volk im Haus am Hang im Winterthur aufgehängt? In diesem Haus am Hang sehe ich Dwenke. Sie sieht irgendwie noch spät aus, oder? Ja, voilà. Stimmt. Es ist etwas Sportlicher. Ja. Sie will schnell laufen. Da hat sie viele Treppen. Also, sie passt hier rein. Im Haus am Hang wohnt Vivian. Mir ist aufgefallen, dass sie hier eine Küche hat, die recht tief ist. Das ist genau deine Höhe. Sehr herzig. Du hast dich jetzt gerade versnäpft. Aber du bist ja ein bisschen ... Ja, ja, gut. Von der ganzen Ausstattung und der Kunst, so wie sie ist, so jung geblieben, denke ich mir, da wohnt Vivian. Das ist immer ein spannender Augenblick. Wir finden heraus, wer wirklich wo wohnt. Und unsere Reise hat angefangen, im Kanton Aargau. Wir sind alle in Rheinfelden in einer Altbauwohnung und haben uns dort herumgeschaut und fragen uns vielleicht immer noch, wer ist denn dort zu Hause? Wer dort wohnt, die Person soll sich doch bitten, jetzt zu erkennen gehen. Es ist ... Es ist ... Wenke! Also, Wenke ist wirklich dort zu Hause. Und wie es bei ihr im Alltag aussieht, schauen wir uns an. In der wunderbaren Altbauwohnung wohne ich und habe das Glück, dass mir das ganze Haus gehört. Zwei Stockwerke habe ich an liebe Freunde vermietet. Und unten wohnt ab und zu meine Tochter, die in Antwerpen studiert. Dieses Haus konnte ich mit meinem damaligen Mann kaufen, im 2008. Das war ein großes Glück. Wir haben es renoviert. Jetzt haben wir uns getrennt und ich durfte es übernehmen. Und jetzt renoviere ich das nach und nach und habe viel Freude damit. Also, wie ihr wisst, bin ich gelernte Konditorin und habe 1999 meine erste Firma gegründet, hatte mich auf Hochzeitstorten spezialisiert. Seit 2020 führe ich noch einen Café in einem Möbelhaus und mache dort Smörrebröt. Also, ich bewege mich sehr gern, ich tanze sehr gerne, aber ich mache auch Pilates, Yoga und Qigong. Und mein Joker hat auf einen Kampfsport hingedeutet, nämlich Eskrima. Und das mache ich natürlich auch noch gern. Wenke, das Bild neben dem Beet, das Abstrakte, das aufgeschnitten wird, kannst du uns das einmal erklären? Also, das ist ein Hund, der schläft und es ist ein Kind, das malt diesen Hund an. Es hat einen Stift in der Hand. Und ich weiß, man ist nicht so sicher, es scheint eben nicht, es ist nicht alles so, wie es scheint. Und der Hund ist sehr entspannt. Also nah am Tod durch die Entspannung. Es ist unheimlich, ich weiss. Aber ich finde eben, wenn man das weiss, es ist ein sehr schönes Bild. Danke. Bitteschön. Unsere Reise ist weitergegangen. Kanton Zürich, Wolfhausen. Dort haben wir eine Gartenwohnung mit Beton angeschaut. Darum haben wir sie liebevoll die Betonwohnung getauft. Und die Person, die dort in Wolfhausen zu Hause ist, in dieser Betonwohnung, die wollen wir jetzt etwas näher kennenlernen. Wer von euch fünf ist denn da? Da unten wird kleiner. Hier, hier, hier. Aglaia! Das ist einmal richtig knüpft. Wow! So transparent. Wunderbar. Dann schauen wir doch, wie es so im Alltag aussieht bei Aglaia in der Betonwohnung. In dieser Betonwohnung wohne ich mit meinem Mann. In dieser Wohnung wohne ich seit 17 Jahren ursprünglich mit der an uns gekannten Natascha, meinen zwei unterdessen erwachsenen Töchtern. Meine zwei Kinder, wie auch viele andere Familienmitglieder, musste ich hinter Backpapier verstecken. Denn das ist sonst eine riesige Fotogolage. Wie man weiss, bin ich Pflegefachfrau und arbeite auch als das in der Spitex Grünigen. Meine Herzensbeschäftigung ist aber zu massieren. Und das mache ich in meiner eigenen Praxis hinter einer dieser verschlossenen Türen. Seit gut einem Jahr bin ich als unsportliche Person im Drachenboot-Club Meile. Mit ganz viel Freude und Leidenschaft. Und darum war mein Joker ein Drachenboot-Puddel. Und eine Frage müssen wir noch klären. Liebe Alaya, was haltet die Mann vom David Garrett? Nicht ganz so viel wie ich. Okay. Man muss damit leben. Genau. Unsere Reise mit dem Büssli ist weitergegangen. Wir sind in der Kanton St. Gallen. Kriessere! Also fast schon in Österreich. Dort gab es ein Haus mit Türmchen. Und jetzt wollen wir herausfinden, wer denn dort zu Hause ist. Bitte gibt sie zu erkennen. Das wird jetzt noch nicht. Ja, es wird jetzt noch nicht mehr. Ja, es wird jetzt noch nicht mehr. Das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Nein! Das geht gar nicht! Das ist mein ganzes Bild. Das ist schon ein bisschen ein Flöffer. Die Zähne krachen, das geht aus Karten raus. Das geht nicht. Wir fangen von vorne an. Du machst das? Nein, nein. Du weisst das gar nicht. Nein, das ist unmöglich. Und wie sie dort wohnen im Alltag, das tun wir es jetzt auch. Im Haus mit dem Türmchen wohne ich, mit meinem Mann am Rheini, und mit unserem anderthalbjährigen Hund Rocky. Das Haus haben wir 1994 selber erbaut und haben dann in diesen Jahren noch immer wieder Anbauten gemacht. Und im Jahr 2003 ist dann das Türmchen entstanden. In diesem Haus haben wir noch andere Zimmer, die wir leider nicht gesehen haben. Und in diesen Zimmern haben unsere Kinder Patrick und Julia gewohnt, die leider jetzt schon ausgezogen sind. Ich bin Sachbearbeiterin im Treuhandbüro von meinem Mann. Und das ist gerade einen Stock tiefer. Also ich habe nicht weit, um zu arbeiten. Wir haben diesen Ort Amerika vor fünf, sechs Jahren entdeckt für uns und gehen dort sehr gerne reisen und die verschiedenen Landesteile entdecken. Mein Joker war dort, weil ich sehr gerne mache. Also am liebsten dort und die schenke ich dann meinen Freunden zu Geburtstagen oder zu verschiedenen Fester. Dort kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Das passt nicht! Das passt auch nicht! Im Nachhinein passt es für mich. Das passt nicht, das passt nicht. Ganz klar, aber im Nachhinein ist es völlig klar. Ich weiss ja auch, wo das andere ist. Für mich ist es gar nichts passiert. Nichts? Nichts? Sehr gut! Drei Objekte haben wir aufgelöst, zwei stehen noch vor uns. Aber nach diesem Band, dass wir schnell auf den Zwischenstand schauen, so sieht es im Moment aus. Während Aglaia sich zwei Punkte geholt hat, haben die Christin und Peter bis jetzt alles richtig. Für Viviane und Wenke gibt es jeweils einen Punkt. Unser Bus ist weitergefahren in die Turgau, und zwar nach Hosenrück. Dort durften wir einen wunderschönen Bauernhof, einen umgebauten, besichtigen. Und wer dort zuhause ist, die Person, wollen wir jetzt sehen. Langsam schauen sie. Nur noch zwischen Viviane und Peter. Bist du, Börin? Nein! Yes! Yes, yes! Nein, es geht los. Nein! Was habe ich heute? Grotgeschlecht, menschliche Kenntnis? Ich habe nur dich gefunden. Ich meine, ich hätte beide Hände ins Feuer gelegt. Das ist unglaublich. Wen habe ich gedacht? Sie lief. Was hast du gedacht? Ja, sie, logisch. Aber wenn dort sie, dann sie. Wenn wir einen haben. Das Entsetzen ist gross. Ihr hört es, merkt es und wir spüren es. Drei haben Christinnen dort in das Bauernhaus gesetzt. Nur etwa Peter. Und wie es bei Peter dort im Alltag aussieht und mit wem er dort wohnt, da sehen wir es. Im Bauernhaus wohne ich mit meiner Frau Gerda und unseren drei Kindern. Ich bin hier aufgewachsen, auf der anderen Strassenseite. Hier, wo wir jetzt sind, hatte es vorher einen Schopf. Diesen Schopf haben wir vor vier Jahren abgebrochen und jetzt hier unser neues Haus gebaut. Also, wie ihr ja wisst, bin ich Berater. Und zwar im Bereich Biodiversität und Landschaft. Ich mache Beratungen bei Bauern, aber auch bei Privatleuten und im öffentlichen Raum. Nebenbei bin ich aber auch noch Bauer, meine Frau und ich. Wir haben zusammen unseren Hof mit Milchkühen und relativ viel Obstbau-Hochstamm-Obspönen. Das grosses Hobby für uns ist Reisen. Früher mehr mit dem Motorrad. Da sind wir mal in die Zeidenstrasse gefahren, ist wirklich ein Highlight gewesen. Heute mehr mit dem Wohnmobil, situationsbedingt zu auspacken. Mein Schocker war ein Fiat 500. Den haben wir uns geleistet. Und er ist für uns einfach auch das Sinnbild für die schöne Kulturlandschaft, die mir so am Herzen liegt und wo ich mich auch dafür engagiere, um diese Landschaft auch zu erleben. Da passt dieser Wagen tiptop. Damit ist eigentlich auch klar, bei wem wir jetzt noch in der Stube stehen. Und zwar müsste, wenn alles aufgeht, dass Viviane sein müsste. Hast du denn den Schlüssel von diesem Haus am Hang? 用vi industrie basis. Wer soll einenいють ich mir tanzen? Mit dem Moneypenny. Mit dem Moneypenny. Im Haus am Hang wohne ich mit meinem Mann Sandro. Wir wohnen dort seit 30 Jahren. Wir haben das Haus selbst gebaut, nach unseren Wünschen. Im Haus hat es noch weitere Zimmer, die ihr gar nicht gesehen habt. Das sind die alten Zimmer von unseren Söhnen, Alessandro und Enrico, die jetzt aus dem Nest ausgeflogen sind. Miss Moneypenny, haha! Sekretärin, oder? Das habe ich eigentlich gelernt bei der Handelsschule. Ich habe immer im Büro gearbeitet, Buchhaltung gemacht, Rechnungswesen, solche Sachen. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Er hatte ein eigenes Geschäft. Dort habe ich dann auch mitgearbeitet. Ich mache jetzt noch Buchhaltung, dort im Geschäft. Meine Hobbys sind Joggen, also Rennen. Das ist auch etwas, das nicht direkt von mir kam, sondern von meinem Mann. Er lief elf Maradans. Und das hat mich motiviert, auch mit dem anzufangen. Allerdings habe ich nicht mehr hier gearbeitet, aber immerhin Grand Prix de Berne, die 16 km waren. Ja, das gefällt mir. Nebst dem, gehe ich gerne Gärtnern. Ich bin gerne an der frischen Luft. Und ich habe auch einen Garten ringsherum, der auch viel Zeit braucht. Und darum, diese Gartenschere als mein Job. Und der Baum war das erste oder das Haus? Nein, das erste Haus. Das erste Haus. Vielleicht fällt nur eine Welt für mich zusammen. Aber der ist 30-jährig, die Akazie. Nein. Der Baum heisst Akazie? Ja. Doch du Osa. Was für eine Reise mit euch. Und die endet mit dem Schlussstand. So haben die fünf Finale getippt. Bei Aglaia kam leider kein Punkt mehr dazu. Christine und Peter haben abgeräumt. Da leuchtet alles grün. Für Viviane gab es noch einen Punkt. Und bei Wencke blieb es bei einem richtigen Tipp. Und damit ist klar, es gibt heute zwei Sieger. Herzliche Gratulation. Und zwar gibt es jeweils einen Gutschein von den Responsible Hotels of Switzerland im Wert von 1'000 Fr. Das sind die nachhaltigen Hotels der Schweiz. Und die Gewinner heissen Christine und Peter. Herzlichen Gratulation. Das ist euer Gutschein. Feiert. Das ist gut so. Und ich sage euch auch, danke fürs Mitmachen, fürs Mitfiebern, Miträtseln. Und vielleicht hätte ich auch ein bisschen inspirieren lassen. So viel von heute, von Wer wohnt wo. Wir reisen schon bald wieder durch die Schweiz und schauen fünf fantastische Wohnträume an. Für heute sage ich aber, danke fürs dabei sein. Eben eine gute Zeit und bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.